Hallo und herzlich willkommen in der Leighbubble. Wie schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es wieder etwas ganz Besonderes und zwar eine Sammlung der schönsten Retro-Hörbücher aus alten Zeiten. Mir selber gefällt diese Sammlung wahnsinnig gut, weil es eben nicht nur Märchen sind, sondern ganz viele unterschiedliche Arten von Geschichten und ich bin gespannt, wie die Sammlung dir gefällt. Wenn du auch die nächsten Hörbücher nicht verpassen willst, dann klicke auf jeden Fall noch schnell auf Abonnieren und dann nehme ich zurück, schnapp dir noch vielleicht eine Tasse Tee oder was Kaltes und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Tschüss! Das Moorweib Es war einmal ein Mann, der wusste immer viele neue Märchen. Aber dann wusste er auf einmal keine mehr. Er sagte, sie seien ihm ausgegangen. Das Märchen, das sonst immer aus freien Stücken zu ihm gekommen sei, klopfte nun nicht mehr an seine Türe. Aber warum kam es denn nicht mehr? Der Mann hatte allerdings seit Jahr und Tag gar nicht mehr an das Märchen gedacht und nicht erwartet, dass es kommen und anklopfen solle. Aber es war auch gewiss nicht da gewesen. Denn draußen gab es Krieg und drinnen gab es Sorge und Not, wie der Krieg sie mit sich zu führen pflegt. Storch und Schwalbe kehrten von ihrer langen Reise zurück. Sie dachten an keine Gefahr. Aber als sie ankamen, waren ihre Nester verbrannt. Die Häuser der Menschen waren auch verbrannt. Die Hecken zerstört, ja, größtenteils ganz verschwunden. Die Pferde der Feinde sprengten über die alten Gräber hin, und es waren harte, trübe Zeiten. Aber auch sie nahmen ein Ende. Und nun hatten sie ein Ende, hieß es. Doch das Märchen klopfte immer noch nicht bei dem Manne an und ließ nichts von sich hören. »Es ist gewiss, wie so viele andere, gestorben und verdorben«, sagte der Mann. Nachdem ein ganzes Jahr verflossen war, sehnte er sich innig nach dem Märchen. »Och, wenn es doch wiederkomme und bei mir anklopfen würde!« Und er erinnerte sich an all die mannigfachen Gestalten, in denen es zu ihm gekommen war. Bald jung und schön wie der Frühling, ein liebliches Mädchen mit einem Waldmeisterkranz im Haar und einem Buchenzweige in der Hand, dessen Augen, wie tiefe Waldseen, beim Sonnenschein leuchteten. Bald hatte es seinen Kasten geöffnet und seidene Bänder mit Versen und Inschriften darauf, die alte Liebererinnerung wach riefen, flattern lassen. Aber am allerschönsten war es doch gewesen, wenn es als altes Mütterchen mit silberweißem Haar und großen, klugen Augen kam. Dann wusste es so recht schön, von den allerältesten Zeiten zu erzählen. Wo die Prinzessinnen noch lange nicht auf goldenen Spindeln spannen, sondern wo noch Drachen und Limpwürmer draußen lagen und Wache hielten. Dann erzählte es so lebendig, dass es den Leuten ganz schwarz vor den Augen wurde und sich der Fußboden von Menschenblut dunkelrot zu färben schien. Es war grässlich mit anzuhören und es wurde einem Angst und Bange dabei und doch war es so wunderschön und behaglich. Denn es war ja schon so lange her, dass dies alles geschehen. Doch, wenn es doch noch einmal bei mir anklopfen würde, sagte der Mann und starrte nach der Türe, bis ihm selbst schwarze Punkte vor den Augen tanzten und der schwarze Flecken auf dem Fußboden sah. Er wusste nicht, war es Blut oder war es ein Trauerflor aus vergangenen trüben Tagen. Und wie er so dasaß, kam ihm auf einmal der Gedanke, ob sich das Märchen nicht am Ende versteckt habe. Gerade wie jene Prinzessin in dem richtigen Märchen, die sich nur suchen lassen wollte. Ja, wenn er es fand, dann strahlte es gewiss wieder in neuem Glanze und noch schöner als je zuvor. Wer weiß, vielleicht hatte es sich in dem hingeworfenen Strohhalm, der da am Brunnenrande hängt, versteckt. Vorsichtig, vorsichtig, vielleicht liegt es in einer getrockneten Blume in einem der großen Bücher auf dem Regal dort drüben. Der Mann ging hin und öffnete eines der allerneuesten Lehrbücher. Aber da war gar keine Blume darin. Es handelte von Holger Danske, dem alten, sagenhaften Greise. Und da stand geschrieben, dass die ganze Geschichte nur eine Erfindung sei, die ein französischer Mönch geschrieben habe. Das Ganze sei nur ein Roman, der später erst übersetzt und dann gedruckt worden sei. Holger Danske habe also gar nicht existiert und könne demnach auch nicht wiederkommen, wie man immer gesungen hatte und auch so gerne geglaubt hätte. Es verhalte sich mit Holger Danske genauso wie mit Wilhelm Tell. Es sei alles nur eine Sage, auf die man sich nicht verlassen könne. Ja, das stand in dem hochgelehrten Buche. Nun, deshalb glaube ich doch, was ich will, sagte der Mann. Es wächst kein Wegerich, wo noch kein Fuß hingetreten ist, heißt es im Sprichwort. Er klappte das Buch zu, stellte es wieder auf seinen Platz und trat zu den blühenden Blumentöpfen am Fenster. Vielleicht hatte sich das Märchen in die rote Tulpe mit den gelben Rändern versteckt, oder in die helle Rose, oder in die dunkelrote Kamelie. Der Sonnenschein spielte auf den Blättern, aber es war kein Märchen da. Die Blumen, die während der traurigen Kriegszeit dagestanden hatten, waren alle viel schöner gewesen, aber sie waren alle abgeschnitten und in Kränze gebunden worden. Diese hatte man dann auf die Säge gelegt und die Fahnen darüber gebreitet. Vielleicht war mit den Sägen auch das Märchen begraben worden. Ach nein, denn das hätten die Blumen doch wissen müssen. Die Säge hätten es erfahren, die Erde hätte es erfahren. Jedes kleine Helmchen, das hervorsproste, würde es erzählt haben. Das Märchen stirbt niemals. Vielleicht war es auch da gewesen und hatte angeklopft. Aber wer hätte damals Sinn für das Märchen gehabt? Trübe, schwermütig, ja, fast zornig sah man den Sonnenschein des Frühlings wieder erwachen. Hörte man das Vogelgezwitscher, nahm man das frische Grün wahr. Selbst die alten frischen Volkslieder waren verstummt. Und wurden sie mit so vielem anderen, was dem Herzen teuer war, eingesagt. Da konnte das Märchen wohl angeklopft haben. Man hatte es nur nicht gehört und nicht hereingerufen. Und so war es wieder fortgegangen. Ich will mich aufmachen und es suchen, sagte der Mann. Hinaus aufs Land, hinaus ans Meeresufer. Draußen liegt ein alter Herrenhof mit roten Mauern, sockigem Giebel und wehnender Fahne auf dem Turm. Die Nachtigall sinkt zwischen den fein gekappten Buchenblättern, während sie die blühenden Apfelbäume betrachtet. Und sie meint, es seien lauter Rosen auf den Zweigen. Hier sind die Bienen beim goldenen Sonnenschein fleißig und umschwärmen ihre Königin. Der Herbststurm weiß von der wilden Jagd, von den Wäldern und von den Menschengeschlechtern, die alle vergehen müssen, zu erzählen. Zur Weihnachtszeit dringt der Gesang der wilden Schwäne vom Wasser herüber, während man sich in dem alten Hause am Kaminfeuer dazu aufgelegt fühlt, alten Liedern und Sagen zu lauschen. In den ältesten Teile des Gartens, dort, wo eine große Kastanienallee den Spaziergänger mit ihrem Halbdunkel einlädt, wanderte der Mann, der das Märchen suchte, auf und ab. Hier hatte ihn früh einmal der Wind die Geschichte von Waldemar Dä und seinen Töchtern zugeflüstert. Die Driade des Baumes, die der Märchenmutter selbst war, hatte ihm hier den letzten Traum des alten Eichbaums erzählt. Zu Zeiten der Großmutter standen hier beschnittene Hecken. Jetzt aber wucherten nur Farnkräuter und Nesseln zwischen den umgestürzten Trümmern alter Steinfiguren. Moos wuchs in deren Augen. Nur allein der Mann, der dem Märchen nachjagte, sah nicht mehr so gut wie früher. Er konnte das Märchen nicht finden. Wo war es nur geblieben? Über die alten Bäume flogen die Krähen in Scharn dahin und schrien, Fort von hier! Fort von hier! Da ging aus dem Garten über den Wallgraben in das Erlengehölz. Dort stand ein kleines, sechseckiges Haus mit einem Geflügelhof. Mitten in der Stube saß die alte Frau, die das Federvieh zu besorgen hatte. Und sie wusste über jedes Ei, das gelegt wurde, und über jedes Küklein, das aus dem Ei gekrochen war, genau Bescheid. Aber sie war nicht das Märchen, das der Mann suchte. Das konnte sie durch ihren Taufschein und ihren Impfschein, die beide in ihrer Truhe lagen, beweisen. Dicht neben dem Hause liegt ein mit Weißdorn und Goldregen bewachsener Hügel. Hier steht ein alter Grabstein, der vor vielen Jahren vom Kirchhof einer Landstadt hierher gebracht wurde. Es ist das Denkmal eines biederen Stadtrats, auf dem seine Gattin und seine fünf Töchter mit gefalteten Händen und steifen Halskrausen in Stein gehauen ihn umgaben. Wenn man das Denkmal recht lange betrachtete, schien es, als ob der Stein einem etwas aus alten Zeiten erzählen wolle. Wenigstens war es so dem Manne, der das Märchen suchte, so ergangen. Als er nun an jenem Tage wieder hierher kam, sah er auf der Stirne des in Stein gehauenen Stadtrats einen lebendigen Schmetterling sitzen. Dieser bewegte die Flügel, flatterte eine kurze Strecke fort und setzte sich wieder dicht neben dem Grabstein nieder, wie um zu zeigen, was dort wuchs. Und was war es? Ein vierblättriges Kleeblatt. Nein, sieben vierblättrige Kleeblätter, dicht nebeneinander. Kommt das Glück, kommt es haufenweise. Das Glück ist goldeswert, dachte der Mann. Aber es wäre mir doch lieber gewesen, ich hätte ein hübsches neues Märchen gefunden. Die Sonne ging wie ein großer Feuerball unter. Die Wiese dampfte und das Moorwald braute. Es war spät am Abend. Der Mann stand allein in seinem Zimmer, schaute hinaus in den Garten und über die Wiese, das Moor und den Strand hin. Hell und klar schien der Mond. Ein weißer Dunst lagerte über der Wiese, als sei sie ein großer See. Der Sage nach war auch hier einst ein solcher gewesen. Der Mondschein zeigte nun das Bild der Sage mit seinem zauberischen Schimmer. Da fiel dem Mame wieder ein, was er kürzlich zu Hause in der Stadt gelesen hatte. Dass nämlich Wilhelm Tell und Holger Danske gar nicht existiert hätten. Aber im Volksglauben blieben sie eben doch. Gerade wie der See hier draußen. Lebendige Bilder der Sage. Ja, Holger Danske kommt gewiss wieder. Wie der Mann so sinnend dastand, pochte es laut gegen das Fenster. War es ein Vogel? War es eine Fledermaus oder eine Eule? Ihn öffnet man nicht, wenn sie auch anklopfen. Aber dann sprang das Fenster von selbst auf und eine alte Frau guckte zu dem Mann herein. Womit kann ich euch dienen? redete er sie an. Wer seid ihr? Ihr seht ja zum zweiten Stock herein. Steht ihr denn auf einer Leiter? Sie haben ein vierblättriges Kleeblatt in der Tasche, erwiderte sie. Ja, sie haben deren sogar sieben, wovon eins ein sechsblättriges ist. Wer seid ihr? fragte der Mann wieder. Ich bin das Moorweib, antwortete sie. Das Moorweib, das draußen braut. Ich war eben in voller Arbeit. Der Zapfen saß schon in der Tonne, aber da riss ihn eins der kleinen Moorkinder im Übermut heraus und schleuderte ihn bis zum Schlosse hinauf, wo er gegen das Fenster flog. Nun läuft das Bier aus der Tunnel und niemand hat ein Prosit davon. Sag mir doch, begann der Mann, warten Sie ein wenig, sagte darauf das Moorweib. Ich habe im Augenblick etwas anderes zu tun. Und damit war sie verschwunden. Der Mann war eben im Begriff, das Fenster zu schließen. Da stand das Moorweib schon wieder da. Nun bin ich fertig, begann sie. Aber nun muss ich morgen noch einmal brauen, wenn das Wetter günstig ist. Was wollten Sie mich denn fragen? Ich kam nur wieder, weil ich immer Wort halte und weil sie überdies sieben vierblättrige Kleeblätter, von denen das eine sogar ein sechsblättriges ist, in der Tasche haben. Das flößt Respekt ein, denn das sind Ordenszeichen, die an der Landstraße wachsen, aber nicht von jedem gefunden werden. Was haben Sie denn zu fragen? Stehen Sie doch nicht so einfältig da, ich muss gleich wieder zu meinem Zopfen und meiner Tante zurück. Nun erkundigte sich der Mann nach dem Märchen und fragte, ob das Moorweib es nicht auf seinem Wege gesehen habe. »Ei, du meine Güte!« rief das Moorweib. »Haben Sie denn noch nicht genug, Märchen? Ich sollte wahrhaftig meinen, die meisten hätten nah gerade genug davon. Jetzt gibt es anderes zu tun und auf anderes aufzupassen. Selbst die Kinder machen sich nicht mehr so viel daraus. Geben Sie dem Jüngelchen eine Zigarre und dem kleinen Mädchen ein neues Kleid, das ist Ihnen lieber. Märchen erzählen? Nein, da gibt es wahrhaftig Besseres zu tun und wichtigere Dinge zu verrichten.« »Was wollt ihr damit sagen?« fragte der Mann. »Was wisst ihr überhaupt von der Welt? Ihr seht ja nur Frösche und Irrwische.« »Hüten Sie sich ja vor den Irrwischen«, erwiderte das Weib. »Sie sind draußen. Sie sind losgelassen. Ja, von Ihnen müssen wir reden. Begleiten Sie mich aufs Moor hinaus. Dort ist meine Gegenwart jetzt notwendig. Aber dort will ich Ihnen alles mitteilen. Schnell, kommen Sie, solange Ihre sieben vierblättrigen Kleeblätter mit dem einen sechsblättrigen darunter noch frisch sind und der Mond noch scheint.« Fort war das Moor weit. Es schlug Mitternacht auf dem alten Turm. Und ehe eine weitere Viertelstunde vergangen, da war der Mann schon außerhalb des Gartens und stand nun auf der Wese. Der Nebel hatte sich gelegt. Das Moor weit hatte zu Braun aufgehört. »Ach, das dauerte lange, bis sie kamen«, sagte das Moor weit. »Ja, das Hexengesindel kommt schneller vorwärts als die Menschen, und ich bin froh, dass ich zum Hexengesindel gehöre.« »Was habt Ihr mir nun zu sagen?« fragte der Mann. »Handelt es sich um das Märchen?« »Ach, denken Sie denn sonst an gar nichts weiter? Müssen Sie immer wieder danach fragen?« erwiderte das Weib. »Wollt Ihr denn vielleicht etwas über die Zukunftspoesie mitteilen?« fuhr der Mann fort. »Werden Sie nur nicht hochtrabend«, entgegnete das Moor weit. »Dann werde ich Ihnen antworten.« »Sie haben nur für die Dichterei Sinn und fragen nach dem Märchen, als ob es ein Mädchen für alles sei. Sie ist allerdings die Älteste zu Hause, gilt aber immer für die Jüngste. Ich kenne sie wohl, denn ich bin auch einmal jung gewesen, und das ist keine Kinderkrankheit.« »Jawohl, ich war einmal ein ganz niedliches Elfenmädchen und habe mit den anderen im Mondscheine getanzt, habe der Nachtigall gelauscht, bin in den Wald gegangen und bin dort auch dem Märchenfräulein begegnet, das sich immer draußen herumtrieb.« Bald schlug es sein Nachtlager in einer halb aufgebrochenen Tulpe oder in einer Wiesenblume auf. Bald schlüpfte es in die Kirche und hüllte sich in den Trauerflur, der von den Altarleuchtern herunterhing. »Ihr wißt ja vortrefflich Bescheid«, rief der Mann. »Ja, ich sollte doch meinen, dass ich zumindest ebenso viel weiß als Sie«, erwiderte das Moor ein. »Märchen und Poesie, das sind zwei Ellen von ein und demselben Stück, und man kann sie verwenden, wie man will. Aber deren Werke kann man leicht nachmachen und sie dann besser und billiger haben. Ich gebe sie Ihnen sogar ganz umsonst, wenn es Sie danach gelüstet, denn ich habe einen ganzen Schrank voll Poesie auf Flaschen. Es ist die Essenz, das Allerfeinste davon, sowohl die süße als die bittere Würze. Ich habe alles auf Flaschen, was die Menschen nur irgendein Poesie gebrauchen, um sich an den Feiertagen das Taschentuch damit zu besprengen und daran zu riechen. »Er erzählt ja ganz absunderliche Dinge«, versetzte der Mann. »Habt ihr wirklich Poesie auf Flaschen?« »Mehr, als Sie vertragen können«, antwortete der Zweifel. »Erkennen Sie vielleicht die Geschichte von dem Mädchen, das auf Brot trat, um sich ihre neuen Schuhe nicht zu beschmutzen? »Sie ist sowohl geschrieben, als auch gedruckt zu haben.« »Diese Geschichte habe ich ja selbst erzählt«, erwiderte der Mann. »Ja, dann kennen Sie sie freilich«, fuhr das Weib fort. »Und wissen auch, dass das Mädchen in die Erde bis zum Moorweib hinabsank, gerade in dem Augenblick, als des Teufels Urgroßmutter dieser einen Besuch abstattete, um meine Brauerei zu besehen.« Sie sah das herabsinkende Mädchen und erbat es sich als ein Präsent zur Erinnerung an den Besuch. »Ich gab es ihr auch«, »und erhielt ein Gegengeschenk, das ich aber bis jetzt noch nie benützt habe, nämlich eine Reiseapotheke, einen ganzen Schrank voll auf Flaschen gezogener Poesie.« »Die Urgroßmutter gab an, wo der Schrank stehen sollte, und dort steht er noch. Sehen Sie einmal hierher. Sie haben ja Ihre vierblättrigen Kleeblätter, von denen das eine ein sechsblättriges ist in der Tasche. Also werden Sie ihn sicherlich sehen können.« Und wirklich. Mitten im Moor lag etwas, das seinem großen Erlenstumpf glich. Das war der Schrank der Urgroßmutter. Das Moorweib behauptete nun, dieser Schrank stehe ihm und jedermann sonst, sobald einer nur wisse, wo der Schrank sich befinde, zu allen Zeiten und jedem Lande der ganzen Welt offen. Der Schrank ließ sich auch von vorne und hinten auf allen Seiten und an allen Ecken öffnen. Er war ein vollkommenes Kunstwerk, obwohl er nur wie ein alter Erlenstumpf aussah. Alle Dichter der Welt, ganz besonders die unseres eigenen Landes, waren hier nachgemacht. Der Geist derselben war studiert, rezensiert, renoviert, konzentriert und auf Flaschen gezogen worden. Mit großem Verständnis, wenn man nicht Genie sagen will, hatte die Urgroßmutter aus der Natur das herausgezogen, was gleichsam nach diesem oder jenem Dichter schmeckte. Dann etwas Teufelszeug hinzugesetzt, und nun hatte sie seine Poesie für alle Zeiten auf Flaschen. »Lasst mich ja mal sehen«, sagte der Mann. »Sehr gern, aber ich habe Ihnen noch viel wichtigere Dinge mitzuteilen«, entgegnete das Morwein. »Jetzt sind wir aber gerade beim Schranke«, wandte der Mann ein, während er hinaufschaute. »Hier sind ja Flaschen in allen Größen. Was ist denn dieser hier, und was in der dort drüben?« »Hier ist der sogenannte Main-Duft«, antwortete der Zweig. »Ich habe ihn zwar noch nie versucht, weiß aber, dass sogleich ein schöner Waldsee mit Wasserlilien, Binsen und wilder Krausenmünze entsteht, sobald man nur einen Tropfen davon auf die Erde gießt. Sprengt man aber zwei Tropfen auf ein altes Aufsatzheft, selbst auf das eines Schülers aus der untersten Klasse, dann verwandelt es sich in ein duftiges Schauspiel, das sich sehr gut aufführen lässt und bei dem man leicht einschlafen kann, weil es einen so starken Duft ausströmt. »Es soll wahrscheinlich eine Schmeichelei für mich sein, denn die Flasche trägt die Aufschrift »Gebräu des Moorweibes«. Hier dagegen steht die »Skandalflasche«. Sie sieht aus, als ob sie nur schmutziges Wasser enthielte, und es ist auch schmutziges Wasser, aber mit Brausepulver aus Stadtklatsch, drei Lot Lügen und zwei Gran Wahrheit versetzt und umgerührt mit einem Birkenzweige, denn nicht nur aus einer Zuchtrute, die in Salzwasser gelegen und aus dem blutigen Rücken des Sünders geschnitten wurde oder von der Rute des Schulmeisters stammte, nein, die direkt aus dem Besen genommen wurde, womit man den Rinnstein fegt. Hier stand auch die Flasche aller Flaschen. Sie nahm den halben Schrank ein, nämlich die Flasche mit den Alltagsgeschichten. Sie war mit Schweinshaut und dann noch mit einer Blase zugebunden, denn sie konnte sehr leicht etwas von ihrer Kraft verlieren. Jedes Volk konnte hier seine eigene Suppe erhalten, die, je nachdem man die Flasche schüttelte, herausfloss. Hier gab es altdeutsche Blutsuppe mit Räuberklößchen, auch dünne Hausmannssuppe mit wirklichen Hofräten, die wie Wurzeln darin lagen, und auf der Oberfläche schwammen philosophische Fettaugen. Dann gab es englische Gouvernantensuppen und die französische Potage à la Coq, aus Hahnknochen und Sperlingseiern hergestellt, auf Dänisch Kankansuppe genannt. Aber am besten von allem schmeckte doch die Kopenhagener Familiensuppe, aber natürlich nur für den, der dort wohnt. Hier stand auch die Tragödie in einer Champagnerflasche. Sie konnte knallen, und das soll sie ja auch. Das Lustspiel nahm sich wie feiner Sand aus und war ganz dazu geeignet, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Das heißt, das feinere Lustspiel. Das gröbere war auch auf Flaschen gezogen, bestand aber meist aus Zukunftsplakaten, auf denen der Name des Stückes das Beste war. Es waren ausgezeichnete Lustspieltitel darunter, die man aber heutzutage gar nicht mehr kennt. Bei diesen Erklärungen versank der Mann in tiefe Gedanken. Aber das Moorweib sprach schnell weiter. Sie wollte so rasch als möglich mit dem Schranke fertig werden. Nun haben Sie sich den Kram wohl lange genug angesehen, sagte sie. Jetzt wissen Sie, was darin ist. Aber das Wichtigere, was Sie hören sollten, wissen Sie immer noch nicht. Die Irwische sind nämlich in der Stadt. Und das hat mehr zu bedeuten als Poesie und Märchen zusammen. Ich sollte eigentlich nichts davon verlauten lassen, aber es muss so eine Art Fügung, ja, ein Verhängnis sein, was mich plötzlich überkommt. Es ist mehr, als ob mich etwas zwänge, davon zu reden. Ich kann es absolut nicht zurückhalten. Die Irwische sind in der Stadt. Sie sind losgelassen. Nehmt euch wohl in Acht, ihr Menschen. Ich verstehe kein Wort davon, sagte der Mann. Seien Sie so gut und setzen Sie sich auf den Schrank, entgegnete sie. Aber fallen Sie nicht hinein, sonst schlagen Sie mir die Flaschen in zwei und Sie wissen doch, was sich in Ihnen befindet. Nun will ich Ihnen also die große Begebenheit erzählen. Sie hat erst gestern stattgefunden, hat sich aber allerdings auch schon früher zugetragen. Diesmal aber wehrt sie noch 364 Tage. Sie wissen doch, wie viele Tage das Jahr hat. Und darauf erzählte das Morai. Hier draußen im Moore hat sich gestern etwas Großes ereignet. Es war nämlich Taufschmaus. Ein kleiner Irwisch wurde geboren. Nein, zwölf Irwische wurden geboren. Und zwar von der Gattung, denen es gegeben ist, sobald sie wollen, als Menschen auftreten und unter diesen herumwandeln und so handeln zu können, als seien sie geborene Menschen. Es war ein großes Ereignis im Moore und deshalb tanzten alle Irwisch-Männchen und Irwisch-Weibchen als kleine Lichte über das Moor und die Wiesen hin. Es gibt nämlich auch weibliche Irwische. Aber man redet meistens nicht von ihnen. Ich saß hier auf meinem Schrank und hatte die zwölf kleinen neugeborenen Irwische auf dem Schoße. Sie schimmerten wie Leuchtkäfer. Ja, sie begannen schon zu hüpfen. Und mit jeder Minute nahm sie an Größe zu, so dass sich schon nach einer Viertelstunde jeder von ihnen mit seinem Vater oder Onkel messen konnte. Nun besteht ein uraltes, unumstößliches Gesetz, oder besser gesagt, eine Vergünstigung, dass, sobald der Mond gerade so steht, wie er gestern stand, und der Wind so weht, wie es gestern der Fall war, es allen Irrlichtern, die in dieser Stunde und Minute geboren werden, verliehen und vergönnt ist, Menschen zu werden. Und dass dann jeder von ihnen ein ganzes Jahr lang ringsumher seine Macht ausüben darf. Der Irrwisch kann im ganzen Lande, ja, in der ganzen Welt umherschweifen, wenn er sich nicht etwa davor fürchtet, in die See zu fallen oder bei einem heftigen Sturme ausgeblasen zu werden. Er kann in einen Menschen hineinfahren, aus ihm sprechen und alle Bewegungen machen, die er will. Der Irrwisch kann jede weibliche oder männliche Gestalt annehmen und in deren Geiste aber doch seiner eigenen angeboren Natur gemäß handeln so, dass er schließlich das ausrichtet, was er bezweckt. Aber innerhalb eines Jahres muss er 365 Menschen auf Irrwege und Abwege führen, und zwar auf wirkliche Abwege und sie vom Wahren und Guten ablenken. Wenn ihm das gelingt, erreicht er das Höchste, was seinem Irrlich zu Gebote steht. Nämlich die Ehre, Vorläufer des Teufels Staatskutsche zu werden, einen brandroten Rock zu tragen und helle Flammen aus dem Halse ausatmen zu dürfen. Danach kann einem gewöhnlichen Irrwisch vergeblich der Mund wässern. Für einen ehrgeizigen Irrwisch, der einst eine Rolle spielen möchte, ist es aber auch mit großen Gefahren und viel Beschwerden verbunden. Denn wenn der Mensch entdeckt, wen er eigentlich vor sich hat und ihn wegbläst, dann muss der Irrwisch wieder in den Sumpf zurück. Und falls der Irrwisch, ehe das Jahr um ist, Heimweh nach seiner Familie bekommt und seine Absicht aufgibt, dann muss er ebenfalls vor. Er kann nicht länger klar brennen, erlischt nach kurzer Zeit und kann dann nie wieder angezündet werden. Ist aber das Jahr zu Ende, ohne dass er 365 Menschen von der Wahrheit und von dem, was gut und schön ist, abgelenkt hat? Dann ist er verurteilt, in einem faulen Baumstamm zu liegen und zu leuchten, ohne sich rühren zu können. Und das ist die fürchterlichste Strafe für einen ruhelosen Irrwisch. Dies alles wusste ich wohl und sagte es auch den zwölf kleinen Irrwischen, die ich auf dem Schoß hatte. Und sie waren vor Freude ganz ausgelassen darüber. Ich sagte ihnen zwar, es wäre das sicherste und bequemste für sie, wenn sie auf diese Ehre verzichten wollten und nichts unternehmen würden. Aber davon wollten die jungen Flämmchen nichts wissen. Doch im Geiste sahen sie sich schon mit den Flammen aus dem Halse heraus brandrot leuchten. Bleibt bei uns, sagten die alten Irrwischen. Nein, treibt euer Spiel mit den Menschen, riefen andere dazwischen. Die Menschen trocknen die Wiesen aus. Sie trainieren überall. Was soll da aus unseren Nachkommen werden? Wir wollen Flammen! Hey, Flammen! sagten die neugeborenen Irrlichter. Und damit war es entschieden. Gleich darauf wurde ein ganz kurzer Ball gehalten, der währte kaum eine Minute. Die Elfenmädchen drehten sich mit den anderen dreimal im Kreise, denn für gewöhnlich tanzten sie immer nur unter sich. Nun wurden Patengeschenke ausgeteilt. Hüpfsteine werfen, nennt man es, und wie Kieselsteine flogen die Gaben über das Moorwasser hin. Jedes der Elfenmädchen schenkte einen Zipfel seines Schleiers. Nimm hin, sagte es zu dem Patchen, dann kannst du sofort den höheren Tanz und die schwierigsten Schritte und Wendungen, wenn du sie brauchst. Dadurch bekommst du die rechte Haltung und kannst dich in der steifsten Gesellschaft bewegen. Der Nachtrabe lehrte jeden der jungen Irrwische, brah, brah, brav, sagen. Und zwar ist auch am rechten Platze zu sagen, und das ist eine große Gabe, die stets belohnt wird. Die Eule und der Storch ließen auch etwas fallen, aber sie meinten, es sei nicht der Mühe wert, davon zu sprechen, und deshalb reden wir auch nicht davon. König Waldemars wilde Jagd stürmte gerade über das Moor hin, und als die Herrschaften von dem Fest hörten, schenkten sie ein paar von den ausgezeichneten Hunden, die mit Windeseile dahinjagen und einen Irrwisch oder auch drei recht wohl zu tragen vermögen. Auch zwei alte Alpgespenste, die Alpdrücken genannt wurden, die sich von der Reitkunst nieren, nahm an dem Festgelage teil. Sie lehrten die Irrwische sofort die Kunst, durch ein Schlüsselloch zu schlüpfen. Wer diese Kunst versteht, für den gibt es keine verschlossenen Türen mehr. Sie erboten sich auch, die jungen Irrlichter nach der Stadt zu führen, wo sie sehr gut bekannt waren. Gewöhnlich ritten sie nur auf ihrem eigenen langen Nackenhaar, das sie in einen Knoten zusammengebunden hatten, durch die Luft allein. Dieses Mal setzten sie sich auf die Jagdhunde, nahm die jungen Irrwische, die die Menschen verlocken und verführen sollten, auf den Schoß und hübsch, fort waren sie. Gestern Nacht hat sich das alles zugetragen. Und jetzt sind die Irrlichter in der Stadt und haben ihr Werk schon begonnen, aber wie und auf welche Weise, das möchten sie natürlich gerne wissen. Ich habe einen Wetterpropheten in meiner großen Zehe. Durch den erfahre ich immer etwas. Ich weiß es also. Das ist ja ein vollkommenes Märchen, sagte der Mann. Nein, es ist höchstens der Anfang eines solchen, erwiderte das Weib. Können Sie mir vielleicht sagen, wo sich die Irrlichter jetzt herumtreiben und wie sie sich benehmen und in welchen Gestalten sie aufgetreten sind, um die Menschen auf Irrwege zu bringen? Ich glaube, erwiderte der Mann, es ließe sich ein ganzer Roman über die Irrlichter schreiben, und zwar gleich einer in zwölf Bänden, ein über jedes Irrlicht oder vielleicht noch besser ein vollständiges Schauspiel. Dann schreiben Sie es doch. meinte das Weib. Aber nein, lassen Sie es lieber bleiben. Das ist freilich bequemer und angenehmer, erwiderte der Mann. Dann braucht man sich nicht in den Zeitungen durchhecheln zu lassen, was für unserein oft ebenso unangenehm ist, als für ein Irrwisch in einem faulen Baumstamm zu liegen, zu leuchten und sich nicht rühren zu dürfen. Na, mir ist es einerlei, sagte das Weib. Aber lassen Sie lieber andere schreiben, diejenigen, welche es verstehen, und diejenigen, welche es nicht verstehen. Ich gebe Ihnen gerne aus einer Tonne einen alten Zapfen, der die Kraft hat, den Schrank mit der Poesie auf Flaschen zu öffnen. Daraus können die Schriftsteller sich dann das nehmen, woran es Ihnen gebricht. Aber Sie, mein guter Mann, scheinen mir die Finger nun nach gerade genug mit Tinte bekleckst zu haben. Und Sie müssen nun eigentlich in dem Alter angekommen sein, da man vernünftig zu werden pflegt. So, dass es Sie nicht mehr reizen sollte, jedes Jahr auf die Märchenjagd auszugehen. Es gibt jetzt viel Wichtigeres zu tun. Sie haben doch wohl verstanden, was geschehen ist. »Jawohl, die Ehrlichter sind in der Stadt«, erwiderte der Mann. »Ich habe es gehört und auch verstanden. Aber was soll ich denn dabei tun? Ich würde ja mit Grobheiten überhäuft, wenn ich zu den Leuten sagen wollte, seht einmal, da geht ein Irrwisch in einem ehrbaren Rocker. »Oh, sie gehen auch in unser Rücken«, sagte der Zweite. »Der Irrwisch kann alle Gestalten annehmen und überall auftreten.« »Er geht auch in die Kirche, aber nicht um das Herrn willen, sondern er ist vielleicht gerade in den Pfarrer gefahren.« »Er hält am Wahltag eine Rede, aber nicht um des Volkes und Landes, sondern um seines eigenen Vorteils willen.« »Er ist doch Künstler, sowohl im Farbentopfe als auch im Theatertopfe.« »Wenn er aber vollständig regiert, dann hat der Topf ein Ende.« »Doch ich schwatze und schwatze hier und rede alles heraus, was mir auf der Zunge liegt und zwar zum Nachteil meiner eigenen Familie. Aber ich bin eben dazu bestimmt, die Retterin der Menschen zu werden.« »Es geschieht wahrhaftig nicht aus Absicht, oder um die Rettungsmedaille zu erhalten, »Ja, es ist das Allertörigste, was ich tun kann.« »Denn ich plaudere es ja einem Dichter aus. Und dann wird es bald die ganze Stadt erfahren.« »Die Stadt nimmt sich das wenig zu Herzen,« entgegnete der Mann. »Nicht ein einziger Mensch wird sich darum bekümmern, und wenn ich ihm im vollsten Ernste zurufe, die Irrlichter sind in der Stadt,« sagte das Moorweib. »Darum nehmt euch in Acht.« »Dann werden sie denken, ich erzähle ihnen nur ein Märchen.« Es war in einem jener trüben, stürmischen Winterabende, die uns melancholischer machen können als alles andere auf der Welt. Wir saßen am Kamin und hatten den Jagdgeschichten unseres Gastgebers zugehört, die er so vorzüglich zu erzählen verstand und in denen er unerschöpflich war. Im Zimmer war die Dämmerung darüber tiefer und tiefer geworden, und nur das Kaminfeuer erleuchtete, zuweilen heller aufflackernd, das Dunkel. Während einer Gesprächspause stand unser Freund plötzlich auf und wollte die Lampe bringen lassen. »Bitte nicht,« baten wir alle. »Nun, wie ihr wollt,« sagte er und kehrte lächelnd an seinen Platz zurück. »Der Zauber der Dämmerung ist vielleicht die einzige Romantik, für die wir heute noch empfänglich sind. Aber das Dunkel kann auch furchtbar sein, quälend, entsetzlich, atemberaubend und drückender als die Last der Erde. Ich habe das einmal mit all dem Schauer empfunden, den nur die Wirklichkeit geben kann.« »Erzähle,« baten wir ihn. »Es ist nur eine Jagdgeschichte, aber immerhin eine der sonderbarsten, die ich erlebt habe,« fuhr er fort. »Sie liegt bereits etwa zwanzig Jahre zurück, und doch entsinne ich mich alle Einzelheiten. Selten hat ein Ereignis einen tieferen Eindruck in mir zurückgelassen. Ich war damals auf einige Tage bei einem meiner Freunde zu Besuch, einem Herrn von Steinhausen. Ihr werdet ihn nicht gekannt haben, er ist nun bereits seit einer Reihe von Jahren tot. Er hatte sich in der Zeit, irgendeiner Grille folgend, ein großes Landgut gekauft, das in der Gegend zwischen Weser und Elbe in einer jener Heide- und Moorgegenden lag, die sich dort einsam und unermesslich unter dem weißen Himmel erstrecken und ein ideales Jagdgelände darstellen. Besonders auf Sumpfvögel, Enten und wilde Gänse, die zu Zeiten in ganzen Schwärmen hierdurch passieren, kann man dort vorzüglich jagen. Und mein Freund, der meine Jagdleidenschaft kannte, freute sich mit der ganzen Befriedigung des Gastgebers, als mir beim ersten Purschgang vor Jagdeifer und Freude die Augen überging. Ich blieb darum länger, als ich eigentlich gewollt hatte, jagte und leistete meinem Freund eine Gesellschaft, der den liebenswürdigsten Wirt vorstellte, den es je gegeben hat. Eines Tages, der Tag meiner Abreise war bereits festgesetzt, überraschte er mich mit dem Vorschlag, in der nächsten Nacht einmal nach Weise der Bauern auf den Entenfang auszugehen. Ich hatte früher viel von dieser Art Jagd gehört und war darum begierig, sie kennenzulernen. Am nächsten Abend, es war ruhig und windstill und der sternklare Himmel ließ leichten Frost erwarten, machten wir uns auf den Weg. Mein Freund hatte ein großes Schlagnetz, wie es in der dortigen Gegend gebraucht wird, und eine Lokente in ein Schiff bringen lassen, das auf einem der Arme des Flusses lag, der zu dieser Zeit das flache Land mit unzähligen Rinnsalen überflutete und ein wahres Dorado für unsere Leidenschaft bildete. Das Boot war außerordentlich schmal und lang. Jede unvorsichtige Bewegung hätte es zum Kentern gebracht. Aber mein Freund verstand es, damit umzugehen. Er stieß das Boot mit einer langen Ruderstange vorwärts, und bald kamen wir in die schmalen Arme des Flusses, wo der Unkundige sich in dem Gewirr der durcheinanderlaufenden unzähligen Wasserzüge, Gräben und Flussläufe nimmer mehr auskennen kann. Erst nach einigen Stunden machten wir Halt. Ein großer, breiter, am Rande mit Röhricht bewachsener Tümpel dehnte sich vor uns aus, und an seinem Rande lag auf einem kleinen, niedrigen, künstlich aufgeworfenen Erdhaufen eine Hütte. Nicht höher als dreiviertel Meter und nur darauf eingerichtet, einem liegenden Mann einen Unterschlupf zu gewähren. Hier wollten wir bleiben. Wir spannten das Netz aus, das, ins Wasser gelegt, den argwöhnischen Enten unsichtbar bleiben musste, setzten die Lokente aus und wollten uns nun in die Hütte zurückziehen und das Weitere abwarten, als wir die Entdeckung machten, dass die Zugleine, die zu unserer Hütte führte, nicht glatt arbeiten wollte. Sie musste sich irgendwo im Röhricht verfangen haben, und mein Freund fuhr noch einmal nach dem Netz hinüber, um nachzusehen. Gerade kam er zurück, als er beim Aussteigen durch einen Fehltritt das leichte Boot in ein bedenkliches Schwanken brachte und unversehens ins Wasser stürzte. Ich half ihm bald wieder heraus, aber die Situation war mehr als ungemütlich für ihn. Eine Nacht hindurch, mit den völlig durchnässten Kleidern unbeweglich in der zugigen kleinen Hütte zuzubringen, wäre einem Selbstmord gleichgekommen, und so entschloss er sich denn, halb ärgerlich und halb belustigt über sein Missgeschick, so schnell als möglich heimzufahren, um sich mit trockener Kleidung zu versehen. Gegen Morgen wollte er zurückkehren und mich und die gefangene Beute abholen. Er hoffte, sich unterwegs durch die Bewegung einigermaßen warm halten zu können, wünschte mir den besten Erfolg und nahm Abschied. Lautlos wie ein Schatten glitt sein Boot wenige Sekunden später in die Dunkelheit hinaus. Ich wickelte mich in meinen Mantel, streckte mich in der niedrigen Schutzhütte aus und horchte in die Dunkelheit hinaus. Nur das leise Gurgeln des Wassers und das knisternde Rauschen des trockenen Röhrichts drang an mein Ohr. Die Lockente schwamm ruhig auf ihrem Platz hin und her, plätscherte, tauchte und putzte eifrig ihr Gefieder, das durch den Transport im Boote hark in Unordnung gekommen sein mochte. In der ungeheuren Stille der öden, menschenleeren Gegend klang jedoch jedes Geräusch mit doppelter Stärke zu mir herüber, und deutlich hörte ich einige Stunden nach Mitternacht den ersten, weit entfernten Ruf vorüberziehender Wildgänse. Ich spähte zum Nachthimmel hinauf, sah aber nichts als das bleiche Flimmern der Sterne. So verging mehrere Stunden. Ich hatte mich auf eine längere Wartezeit gefasst gemacht, kann aber nicht leugnen, dass ich zuletzt doch eine leise Abspannung empfand. Gegen Morgen merkte ich endlich, dass die Lockente auffällig unruhig wurde. Sie schlug klatschend mit den Flügeln und begann unruhig hin und her zu schwimmen und zu schnattern. Wenige Minuten später merkte ich, dass Enten auf dem Teiche einfielen. Der Jagdeifer in mir erwachte, ich fasste den Strick, mit dem ich das Netz schließen wollte fester und lauschte gespannt über den dunklen Spiegel des Wassers hin. Ein paar atemlose Minuten vergingen. Plötzlich sah ich die wilden Enten dicht bei der Zahmen, die mit sonderbarem Rucken des Kopfes nun still an ihrem Platze verharrte. Ich konnte meine Ungeduld nicht länger zügeln. Ein Ruck! Und das Netz schlug zu. Ein wildes Klatschen und Flügelschlagen bewies mir, dass ich Glück gehabt hatte und ich umging den Teich, um näher an die Stelle zu kommen, wo das Netz gestellt war. Vorsichtig zog ich es an Land. Und nun blieb mir nichts anderes übrig, als die gefangenen Tiere, es waren drei, mit den Händen zu erwürgen, wenn ich sie nicht der Freiheit zurückgeben wollte. In diesem Augenblick empfand ich gegen diese Art der Jagd, die ich ja eigentlich nur ihrer Sonderbarkeit willen einmal hatte mitmachen wollen, einen starken Widerwillen. Es ist doch etwas anderes, ein Tier mit der Büchse aus der Luft zu holen, als es heimtückisch in Schlingen und Netzen zu fangen und ihm dann kaltblütig das Genick umzudrehen. Ich war ärgerlich auf mich selbst, als ich, die warme Beute unter dem Arme, zu meiner Hütte zurückkehrte. Ich hatte das Netz nicht wieder aufgestellt und beschloss, den Morgen und meinen Freund zu erwarten, ohne Heilneuen Versuch zu machen. Lieber wollte ich in der Morgendämmerung dies oder jenes zu schießen versuchen, wenn ich auch vielleicht vorläufig darauf verzichten musste, der Beute habhaft zu werden, da wir die Hunde absichtlich zu Hause gelassen hatten. Langsam graute der Tag mit jener schweren, bleiernden Müdigkeit, die nur die Wintertage haben. Der Himmel hatte sich bezogen. Der Wind, der vorhin frischer geworden war, hatte sich wieder gelegt und nun begann mein Unglück. Es begann zu nebeln. Wer den Nebel dieser Gegend nicht kennt, der zäh und dick und den Augen ebenso undurchdringlich ist wie eine Wand, der weiß nicht, welche Gefahren er birgt. Er kam anfänglich zart und weich wie Pflaumenfedern, aber jede Minute ließ ihn stärker und dichter werden und nach einer halben Stunde saß ich wie in dem weißen Dampf eines Waschhauses. Keine fünf Schritte vermochte ich zu sehen und mit Sorge dachte ich daran, wie sich mein Freund durch das unzählige Gewirr der Wasserzüge zu mir zurückfinden würde. Ich hatte meinen Mundvorrat bereits während der Nacht verzehrt und wartete mit doppelter Sehnsucht darauf, erlöst und heimgefahren zu werden. Aber die Stunden rannen und kein noch so entfernter Laut verriet mir, dass ich ein Boot nahte. Ich pfiff, rief, klatschte in die Hände, schrie so laut, ich konnte in den Nebel hinaus. »Hey, Holla, hier!« Aber nichts antwortete mehr als das leise Plätschern des bleigrauen Wasserspiegels zu meinen Füßen. Ich wartete bis Mittag. Niemand kam. Endlich entschloss ich mich, den Heimweg selbst zu suchen. Wäre ich niemals auf diesen Gedanken verfallen, ich kannte die Gefahren der Gegend zu wenig, sonst hätte ich alles andere getan, als meinen sicheren Platz zu verlassen. Es war ja klar, bei dem Nebel hatte mein Freund den Weg nicht zurückfinden können und ich konnte lange warten, wenn es dem Nebel nicht gefällig war, abzuziehen. Dass sich die Richtung noch viel sicherer verfehlen würde, lag auf der Hand. Aber ich konnte doch hoffen, irgendwo in die Nähe menschlicher Behausungen zu gelangen, um dann einen sicheren Führer zu bekommen. Ebenfalls ich brach auf. Vorsichtig ging ich am Wasser entlang, kam an einen Graben, den ich übersprang, traf eine Wiese, auf der ich gut weiterkam und bemühte mich, möglichst dieselbe Richtung einzuhalten. Aber bereits nach zehn Minuten wurde der Boden mit jedem Schritt weicher und schlüpfriger, Wasserquoll unter meinen Tritten auf und ein leises Schwanken und Wiegen des Bodens bewies mir, dass ich eine morastige Stelle zu passieren hatte, die jeden Augenblick unter meinen Füßen nachgeben konnte. Ich kehrte um, versuchte es an anderer Stelle, aber kam bald in die gleiche Lage. So mühte ich mich in stiller Verzweiflung ein paar Stunden, sah nicht so mich als den Nebel, der feucht und kalt wie ein nasses Laken in der Luft hing, und beschloss endlich in verdrossener Wut, zu meinem Platz zurückzukehren und meine Bemühungen aufzugeben. Aber die Sache war schneller gedacht als getan, und nach einer halben Stunde musste ich einsehen, dass auch das unmöglich war. Ich hatte mich rettungslos verirrt. Zu allem Unglück brach die Dämmerung herein, denn der kurze Tag ging bereits auf die Neige, und ich hatte die angenehme Aussicht vor mir, die Nacht schutzlos auf dem feuchten, morastigen Grunde zubringen zu müssen. Schlimmer als jetzt kann es nicht gut werden, dachte ich, und beschloss, trotz der tiefer und tiefer sinkenden Dunkelheit weiterzugehen. Vielleicht führte mich ein glücklicher Zufall auf irgendeinen festen Weg, den ich verfolgen konnte. Wie lange ich im Dunkeln umhergeirrt bin, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls war es lange nach Mitternacht, als ich völlig ermattet zu dem Entschluss kam, jeden weiteren Versuch aufzugeben, todmüde auf dem nassen Grunde niedersank und mich in mein Schicksal ergar. Eine unheimliche Stille umfing mich. Wie die Wand eines Kerkers stand der Nebel um mich herum und hielt mich mit zäher unwiderstehlicher Wald gefangen, unentrinnbar. Ich fühlte, ich war verloren und trotzdem ich die Zähne zusammenbiss, stieg ein Entsetzen in mir auf, ein kaltes Frösteln, das mich bis zu den Fußspitzen durchschauerte. Ich ballte meine Fäuste und schüttelte sie in ohnmächtiger, kindischer Wut. In diesem Augenblick drang plötzlich ein Ton an mein Ohr, der mir das Blut in den Adern gerinnen ließ. Ein langgezogenes, lautes, schadenfrohes Gelächter drang zu mir herüber, heiser und unmenschlich, als habe mich jemand die ganze Nacht auf meinem Erbfade ungesehen verfolgt und könne sich nun, da er mich matt und verzweifelt am Boden liegen sah, nicht länger halten vor befriedigter Rachlust und Schadenfreude. Und nun, während ich noch lag und lauschte, merkte ich, wie der Boden unter mir nachgab. Und als ich mich erhob, um den trügerischen Platz zu verlassen, sank ich plötzlich bis tief über die Knie in den morastigen Grund. Es schien unmöglich, wieder auf festen Boden zu kommen. Immer wieder gab das Erdreich unter mir nach und hielt meine Füße wie mit Ketten fest. Und abermals erhob sich das Lachen, schneidender und durchdringender noch als zuvor, und peitschte mich zu sinnloser Wut auf, dass ich selbst in das Lachen einstimmte, von Wut und Entsetzen geschüttelt. Ich glaube, in diesem Augenblick bin ich nahe daran gewesen, den Verstand zu verlieren. Zuletzt gelang es mir doch, auf festen Boden zu kommen. Eine Weide tauchte aus dem Nebel auf, und wo ein Baum im Boden Halt fand, musste auch ich stehen können, ohne zu versinken. Dort muss ich dann wohl niedergesunken und vor Erschöpfung und Abspannung ohnmächtig geworden sein, denn, als ich erwachte, hatte sich der Nebel gelegt, es dämmerte, und nun erkannte ich zu meinem grenzenlosen Erstaunen, dass ich keine dreißig Schritt von der elenden Hütte entfernt war, von der ich ausgegangen war. Ich war während der ganzen Zeit mühevoll im Kreise herumgeirrt. Ich ging hinüber, um mich drinnen auszuruhen, als mein Freund den Kopf schlaftrunken aus der Tür herausstreckte. Er sah mich an, als erschien ihm ein Geist. In meinem über und über mit Moorerde beschmutzten und durchfeuchteten Anzuge mag ich wirklich einen sonderbaren Anblick geboten haben. Zum Teufel! schrie er mich an und sprang wie elektrisiert auf. Bist du's oder bist du's nicht? Ich überließ es ihm, sich davon zu überzeugen und machte mich wie ein ausgehungerter Wolf über die Essvorräte, die er mitgebracht hatte, her. Erst auf der Heimfahrt erzählte ich ihm meine Schicksale. Kannst du dir erklären, was es für ein Gelächter gewesen ist, das mich so erschreckt hat? fragte ich ihn. Wirklich, es hatte nichts Menschliches an sich. Da kniff er die Augen zusammen und sagte, sprich nicht so laut davon, es kann die Moorhexe gewesen sein und sie will nicht, dass man von ihr spricht. Es war wirklich nicht zu erkennen, ob er im Scherz oder im Ernst sprach. Aber du kannst Gott danken, fuhr er dann fort, dass sie dich nicht tiefer ins Moor gelockt hat, wo du elend versunken wärst, wie ein Stein. Ja, wo du elend versunken wärst, wie ein Stein. Der Erzähler schwieg und es blieb einige Sekunden still im Zimmer, niemand sprach. Da rief mein Nachbar plötzlich in das allgemeine Schweigen und du meintest vorhin, wir hätten heute nur noch Sinn für die Romantik der Dämmerung. Der Hexenmeister In einem fernen, sonnigen Frühjahr kam er vom Wald her gegen das Dorf gewandert. Am schäbigen Hut trug einen grünen Busch, so groß, dass unter der Last das Hütlein schief auf dem ergrauten Kopfe saß. Das gab dem Wanderer einen Anstrich von Jugend, von Übermut, ja, von Leichtsinn, zu dem seine glitzernden Augen passten. Zwei kleine Jungen saßen auf einem Haufen Straßensteine. Sie schauten neugierig nach dem daherkommenden und sein geschmückter Hut, sein Wanderstecken, sein pfiffiges Gesicht machten ihnen Eindruck. Wo kommst du her? fragte Keckte eine den Nahenden. Aus Nirgendheim, wo die Brennnesseln wild wachsen. Wo gehst du hin? Nach noch nicht dort, wo das Wasserberg unterläuft. Die zwei kletterten interessiert von ihrem hohen Sitz und sagten, was tust du dort? Schnecken abrichten, dass sie bellen wie die Hunde. Der Fremdling bückte sich und nahm eine Weinbergschnecke aus den Steinen auf. Sofort erscholl leises Hundegebell. Den zwei Knirpsen wurde absonderlich zumute. Vielleicht, wenn einer von ihres Vaters Knechten oder ein Bekannter aus dem Dorf ihn so geantwortet hätte, wäre ihren arglosen Seelen die Schnödigkeit der Rede zum Bewusstsein gekommen. Aber diesem fremden Wanders Mann gegenüber waren sie hilflos. Halb scheu, halb auffordernd sagte nach längerer Pause der Kleinste »Auf unserem Hof hat's auch Schnecken!« Der Mann schüttelte den Kopf, sodass der Strauß am Hut wackelte. »Es ist nicht die rechte Sorte!« »Doch«, beharrte »Da, kühn, der kleine Knirps! Einer hat schon einmal gebellt!« Jetzt lachte der Fremdling auf. Er nestelte an seinem Wanderstecken, dann warf er ihn so von sich, dass er auf der glatten weißen Straße wie lebendig dahinschoss. »Seht«, sagte er eifrig und geheimnisvoll, »er ist eine Schlange geworden, da seht ihr's nicht?« Sie rissen die Augen weit auf in brünstigem Glauben. Tatsächlich, der Stock bäumte sich wie eine Schlange. »Holt sie her!« gebot der Mann. Die beiden schüttelten die Köpfe. Ihr Wohlgefallen an dem Fremdling verwandelte sich heimlich in Grauen. Da gälte ein Pfiff aus des alten Mund. Im Hui flog die Schlange zu ihm her und lag wieder als brauner Stock in seiner braunen die zwei legte sich etwas Unheimliches über den Glanz des Frühlings morgens. Sie wünschten loszukommen. Wie zu Schutz und Trutz nahmen sie sich an der Hand und schauten gegen das Dorf, bereit, sich zur Flucht zu wenden. Da strich ihn der Alte über die strohblonden Köpfe. »Nehmet mich auch mit,« sagte er freundlich, fast bittend. Sie führten ihn nach ihres Vatershof, der vor dem Dorf unweit der Straße im schönen Obstgarten lag. Zahm und zittig schritten sie aus, gefolgt von dem lächelnden Wanderer. Eigentlich war es für das Brüderpaar eine Enttäuschung, dass der Fremdling nun Knecht bei ihrem Vater war. Sie sahen jetzt den Michel arbeiten, wie die anderen arbeiteten. Sie saßen neben ihm beim Essen, sie kannten sein Nachtlager, seine enge Kammer, in der jener Stock in einer Ecke stand, wie andere Stöcke, in des der grüne Busch am Hütlein welkte. Ganz heimlich trugen sie es als eine Gewissheit in sich, dass Michel ein besonderer sei. Was sie draußen am Straßenrand mit ihm erlebt hatten, stand unverwischt und unverwischbar in ihren Seelen, mochten auch alle Lachen, denen sie es erzählten. Michel lachte selbst darüber, nickte mit dem ergrauten Kopf und murmelte, ja, früher, früher. Die beiden suchten Michels Nähe in nie verlöschender Hoffnung. Einmal musste doch das Versunkene wieder zutage treten. Ein Wort von ihm, eine Bewegung, war oft wie eine geheimnisvolle Verheißung. Hinter allem, was er sagte und verschwieg Tat und ließen, vermuteten, ja, spürten sie das Unnennbare. So hatte er sie in der Gewalt durch ihren Zähnen glauben. In seiner Nähe waren sie zahm. Wollten sie aufmucken, so brauchte er nur stumm den Kopf zu heben, dann kuschten sie, als hätten sie die Peitsche über sich gesehen. Auch Knechte und Mägde, ob sie es öffentlich und vor sich selber leugneten, waren bald im heimlichen Bann des Alten. Auch sie scheuten eine schlafende Macht in ihm, der sie es zuschrieben, dass der Herr einen alten Sonnenbruder als Knecht einstellte und behielt. Auch sie warteten unbewusst darauf, dass der Michel eines Tages mehr und anderes sei als der Michel. So kam der Winter heran, die stille Zeit. In einer großen kahlen Stube zu ebener Erde saßen Knechte und Mägde beisammen. Draußen fing es aus eisiger Luft leise zu schneien an. Ein uralter eiserner Ofen auf dünnen Füßen speite zornig seine jähe Hitze in den Raum, solange die Scheite flammten. Und er wurde ebenso jähkalt, wenn man ihn zu füttern vergaß. Die Mägde spannen grauen, groben Flachs auf klappenden Rädchen, die Knechte flochten Peitschenschnüre und verlasen Linsen. Michel allein hatte einen winzigen Webstuhl vor sich auf dem Tisch stehen und webte Schürzenbändel aus blau gefärbten Garm. Neben ihm auf fölzernen Stühlen knieten die zwei Büblein und sahen zu, wie der alte mit flinken und zugleich bedächtigen Händen, das Schifflein lenkte und die Fäden schlichtete. Dabei war die alte, nie schlummernde Erwartung in ihn, es müsse etwas geschehen, irgendetwas Unerhörtes, wie es der verborgenen Kraft in dem leise lächelnden Michel gemäß war. Aber vor der Hand erzählte er nur. Wie ein Kanarienvogel vom Geräusch in der Stube zum Singen verlockt wird, so kam Michel beim Klappern seines winzigen Webstuhls ins Reden. Dann horchten die anderen und verstummten. Das, was ich da webe, sind ja nur Schürzenbändel, aber ich könnte ebenso gut einen Strick weben. Einen Helfinnen Strick, jawohl, halten würde er schon, halten würde er sicher. Was würde er halten? Einen Kopf, einen Kopf und die baumelnden Füße darunter, wie ich das gesehen habe, in der Stadt Neapel, wo sie einen hängten. Warum hängten sie ihn? Ach, weil er dumm gefragt hat, natürlich. Die Mädchen lachten. Einer der Buben wollte wissen, hat er gezappelt? Er hat gezappelt, wie du zappelst, wenn du drüben auf Hörschwerzweier im Eis einbrichst. Der Kleine schauerte als stecke er im Eiswasser. Was hat er denn Dummes gefragt? Erkundigte er sich schüchtern. Ach, entgegnete Michel wegwerfend, so dumm kann ich nicht erzählen, wie der fragte. Darum will ich lieber von Visufio reden, wenn es den Herrschaften recht ist. Er bekam keine Antwort. Jedem in der weiten Stube war es gewesen, als liege etwas drohendes im Klang von Michels Stimme und im Klang dieses geheimnisvollen Visufio, das so fremd aus dem Klappern des Webstühlchens hervordrang. Da begann der Alte ohne Aufforderung. Ist ein Berg bei der Stadt Neapel, den heißen sie Visufio, den Zweiten. Bist du dort gewesen? fragte kurz, fast grob, der Großknecht Alois, den die überragende Rolle des Michels verdross. Müsst es hören, entgegnete unbewegt der Alte. Eine Rauchwolke hängt über dem Berg und in der Nacht ein feuriger Schein. Wenn auf der Welt das Schlechte überhand nimmt, dann wird es diesem Berg übel und er fängt an zu speien, wie ein Hund, der Schlimmes gefressen hat. Denn es ist mit dem Berg so. Er ist für die Welt das, was unser einem sein Magen ist. Alles kommt darin zusammen. Der jüngste Knecht, der Fritz, lachte ein wenig. Nicht eigentlich ungläublich, aber Michels glitzernde Augen richteten sich dennoch fest und strafend auf ihn. Höre, Fritz, als ich drunten war in Neapel, bekam es der Berg mit dem Spein, weil da zumal die Zeit war, dass dein Vater sein Weib, deine Mutter ein paar Mal fast tot schlug. Da richteten sich alle Augen auf Fritz, der die seinen niederschlug und eifrig an seiner Peitschenschnur flocht. Naja, fuhr Michel fort, was da oben bei uns gesündigt wird, das kommt alles dort unten durch den Berg zu Tage. Er hob den Kopf und sah den Groß Knecht an. Ich hab da Dinge gesehen, die keiner glauben würde. Du auch nicht, Alois. Dieser Alois war ein stämmiger, verwitterter Mensch, über den mancher Sturm dahingebraust zu sein schien. Unter des alten Blick verzerrte sich das verwilderte Gesicht zu einem Lächeln, das nicht gelingen wollte. mich hältst du nicht zu machen. Michel setzte sein Schifflein in Ruhe und kratzte sich im Haar. Alois, sagte er dann gedämpften tones, als gelte die Rede dem Großknecht alleine. So nah, wie ich jetzt dir bin, so nah bin ich dem Berg gestanden. Als er einmal gespien hat, kannst mir glauben, dass da allerlei herausgekommen ist. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis und Lästerung. Eine Weile blieb es still. Dann rief eine junge Magd keck, als könne sie damit den Alten einer Fälschung überführen, das steht im Spruchbuch. Er schaute sie an und schüttelte wie in Verwunderung den Kopf. So, also dort drin steht's auch, ja, ja, der Berg und das Spruchbuch. Alle schwiegen. Alois streift eine Hand vor Linsen so hastig zur Seite, dass die Hälfte zu Boden prasselte. Sag weiter, hat jetzt schüchtern das kleinste Büblein, das die Gespanntheit, die in der Luft lag, nicht völlig empfand. Michel fing wieder zu weben an. Was soll ich weiter erzählen? Die einen wissen nun dies alles, die anderen glauben nichts. Wir glauben schon, rief die junge Magd von ihrer Kunkel her. Ja, ihr glaubet, so weit eure Nase reicht, aber drüber hinaus ist auch noch etwas. Sag das, bat eindringlich das Büblein. Ich will's schon sagen, dir will ich sagen, der Alois kann's halten, wie er mag. Also, wenn der Berg gespeit hat, dann wächst das Gras darüber. Viel Gras und sogar Büsche und Bäume, nicht Alois? Er wartete keine Antwort ab und blickte auch nicht nach dem Knecht. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das alles wächst, auf dem Ausgespänen. Aber es ist sonderbar. Man sieht auch dem Gras und den Büschen und den Bäumen nach Jahren noch an, als was für Grund das alles herauswächst. Auffahrend, sodass er grob gegen das Tischbein stieß, rief jetzt der Großknecht, Halt dein Maul, du lügst ja wie der Satan. Hast du den schon einmal lügen hören? fragte Michel ruhig und seine Augen glitzerten nicht mehr. Bist du darum hergelaufen, weil du Händel mit mir willst? knurrte der Knecht. Ich bin gar nicht hergelaufen, antwortete weiterwebend der Alte. Ich bin hergeführt worden. Hergeführt worden, höhnte der andere, vielleicht vom Teufel, der alle Hexenmeister am Bändel hat. Vielleicht gab Michel zu. Ist ja nicht wahr, rief er treuherzig und ängstlich zugleich das kleinste Böblein, das Händel wittern mochte. Wir haben ihn hier geführt, der Theo und ich. Seid zufrieden, beschwichtigte ihn der Alte. Wer mich hergeführt hat, das weiß der alles schon, nur zu gut, weiß er's. Schmetternd schlug der Großknecht die Türe hinter sich zu. Am anderen Tag ereigneten sich zwei seltsame Dinge. Zum ersten brach drüben auf Hirschwarz Weie das eine der Böblein durchs Eis, er zappelte dabei wie ein Gehengter und wäre wohl gar ertrunken, wenn sein Freund Michelin nicht gerettet hätte. Es gab ein großes Erstaunen über das Eintreffen der Prophezeiung. Am meisten staunte Alois. Ich sag's ja, der Hexenmeister, knurrte er. Zum zweiten, und das war noch seltsamer, lief am gleichen Abend der Großknecht weg. Lief einfach weg wie ein Vagabund, wie einer von der Landstraße. So etwas war nicht erhört von einem Großknecht. Warum wohl, warum? Sie raunten einander zu, der Alois habe eben nicht bleiben wollen neben einem solchen. Er habe sich von Anfang an darüber ausgelassen, dass der Bauer einen Sonnenbruder einstelle. Ein Gären fing an unter den Leuten. Es wub sich ein Nimbus um den Entlaufenden. Man bewunderte ihn um seines Schafblicks, seine Entschlossenheit willen, die man so mitten im Binter und in der Geborgenheit des guten Dienstes selbst nicht aufbringen könnte, so unheimlich einem der Michel wurde. Ja, der alte Fremdling wäre bald wie ein Verfemter an seinem Webstühlchen gesessen, wenn ihm das Brüderpaar nicht unwandelbare Treue gehalten hätte. Und so ging die böse Zeit langsam dahin. Der Föhn fegte über die Berge und brach alles Morsche und Dürre im Wald. Auf der hohen Pappel vorne an der Straße probierte ganz leise die Amsel ihr Frühlingslied. Das Rumoren kam jetzt ins Bauernblut, das die Leute nicht länger in den dumpfen Stuben duldete. Sie liefen hinaus, nach den Saaten zu sehen, von denen der Schnee geschmolzen war, nach den Wiesen, wo unter der schützenden Dung schicht die Gänseblümchen blühten. Einmal kam Fritz, der Jungknecht, heim und erzählte, er habe draußen am Rhein vor dem Wald den Alois gesehen, aber nur von Weitem. Man lachte ihn aus, man fragte ihn, ob er vorher im Wirtshaus gewesen sei. Aber er beharrte auf seiner Aussage. Bei der jungen Eiche neben den Haselbüschen sei der Alois gestanden und habe auf den Boden geguckt. Dann habe er sich gebückt, als suche er etwas. Vielleicht vorjährige Nüsse oder Schafsbockraut zu Umschlägen oder zu Tee. Wieder lachten die anderen. Er habe den Alois wohl mit der Therese, dem alten Kräuterweib verwechselt. Aber Michel, der unter den Gesprächen einen Gaul einschirrte, hielt zum Fritz. Vielleicht, weil er es überhaupt immer mit der Minderheit hielt. Schritt für Schritt eroberte sich der Frühling die Welt. Schon trug am Sonntag der Michel einen grünen Busch am Hut. Der ganze Reiz, der ihm damals die Brüder von draußen vor dem Dorf zu Freunden gemacht hatte, umlagerte ihn von Neuem. Ja, seinen Stecken hatte er schon einmal wieder vor ihm zur Schlange werden lassen. Nur war es nicht so tadellos gelungen wie einst. Der Faden sei über den Winter zermürbt, meinte Michel, und gab damit den Ahnungslosen ein neues Rätsel auf. Man fing an, die Wiesen abzubrechen, weil das Gras mächtig hervordrängte. Das Gras, von dem Michel sagte man sie ihm an, aus welchem Untergrund es aufwachse. Und mit dem neuen Gras wurde alles ruchbar. Erst war Alois irgendwo zu einem Pfarrer gelaufen, um zu beichten. In einer fremden Kirche war es und weit fort, wo man von seiner Sache nichts wissen konnte. Er hatte gemeint, in dieser Fremde werde alles untergehen und vermodern wie altes Laub über den Winter. Aber der Pfarrer belehrte ihn anders in langen, schweren Stunden. Er wies ihm den Weg vors weltliche Gericht. Da stand alles vermoderte mit dem jungen Gras wieder auf. Vor Jahren war's, da hatte Alois die taubstumme Anna erschlagen und verscharrt bei der jungen Eiche zwischen den Haselbüschen am Rhein vor dem Walde. Spurlos war damals das Mädchen verschwunden. Es hieß, sie habe sich wohl irgendwo in den endlosen Wäldern ein Leid angetan aus Scham über die aufkommende Schande. Es wanderten danach ein paar Burschen aus dem Dorf aus, die der Verdacht umkreiste, Urheber der Schande zu sein. Der finstere Alois aber wanderte nicht aus. Sicher und gut wusste er sein furchtbares Geheimnis aufgehoben in der verschlossenen Brust. Und da kam der Michel und sagte das von dem fernen Berg. Lüge war's, stinkender Lüge, aber etwas daran konnte doch wahr sein. Wenn auch der Berg nichts wusste, der Michel musste irgendetwas wissen. täglich, stündlich stand jetzt das grausige Geschehen wieder auf. Wie war's gewesen? Zwielicht, fast Nacht zwischen den Büschen. Aber wenn einer hinter der jungen Eiche gestanden war, der hatte doch vielleicht herübersehen können. Vielleicht? Vielleicht war sie gar nicht ganz tot gewesen, die Anna. Der Michel mit tausend Krallen packte ein verspätetes, ein nie geahntes Entsetzen den Verwilderten. Wohin seine gehetzten Danken entfliehen wollten, sie fanden den Weg verlegt durch Schrecken und Drohung. Jahrelang hatte er beim Rhein vor dem Walde auf den weiten Äckern gepflügt oder geschnitten, ohne nur einen Blick nach der jungen Eiche, nach den dichten Haselbüschen zu werfen. Als ging es ihn gar nichts an, war das grausige Abenteuer hinter ihm gelegen. Und nun jagte es ihn vom Hoch, grinste aus jedem Winkel, trieb ihn zwischen die Haselbüsche, peitschte ihn vor den fremden Pfarrer, schleppte ihn vor Gericht. Michel wurde vernommen. Alois selbst hatte des alten Namen genannt, als den eines etwaigen Mitwissers. Aber da war nichts zu erfahren. In jenen Jahren war Michel noch ein richtiger Landstreicher und weit unten in Italien gewesen. Zur kritischen Zeit in Neapel am Berg Vesuvio. Die Herren vom Gericht lächelten ein wenig über das alten Wichtigtun mit seinen Welschlandfahrten. Dann mussten sie ihn ziehen lassen, denn er hatte Papiere so sauber und wohl geordnet wie Gerichtsprotokoll. Als der junge Sommer noch durch die Wälder schritt, bat Michel um seinen Lohn und sein Buch. Wanderzeit war da, es hielt ihn nicht mehr. Ein guter Arbeiter war er gewesen, aber sie weinten ihm doch nicht nach. Man hatte nicht gern solche unter sich. Nur die zwei Büblein wollten ihn nicht ziehen lassen, ihnen war etwas schuldig geblieben, auf das sie bis zur letzten Stunde hofften. Als er längst über Berg und Tal war, hielten die zwei noch jede gefundene Schnecke lauschend ans Ohr. Vielleicht würden sie doch einmal eine finden. Der der entschwundene Freund das Bellen beigebracht hatte. Das verzauberte Haus Gleich nach dem Essen war die kleine Agathe hinausgelaufen, um sich für das nächste Wettspiel im Werfen und Fangen zu üben. Das Dorf lag wie ausgestorben in der Mittagshitze. Keine Menschenseele war zu sehen, alle Leute schienen ihr Mittagsschläfchen zu halten. So hatte Agathe freie Bahn. Sie schleuderte den Ball hoch dem blauen Himmel entgegen und rannte dann hinter ihm her, um ihn wieder aufzufangen. Weil sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Ball richtete, bemerkte sie kaum, wie sie kreuz und quer zwischen den Häusern durch hinterher lief. Einmal, als sie ein besonders hoher Wurf ein wenig schief geriet, kam plötzlich ein Windstoß und trug den Ball so weit zur Seite, dass er über das Dach eines kleinen Hauses flog, das zwischen den großen Gebäuden wie eingeklemmt in der Sonne hockte. Die Kleine war nicht wenig erschrocken. Sie wollte den Ball, den ihr die Großmutter geschenkt hatte, nicht verlieren. Sie überlegte, dass der Ball ihr in den Garten hinter dem Haus geflogen sein musste, wenn er nicht in der Dachrinne liegen geblieben war. Entschlossen sprang sie also die steilen Stufen empor, die zu einer kleinen Haustür führten, und drückte dort auf den Klingelknopf. Danach lauschte sie ein wenig beklommen, aber nichts regte sich. Sie klingelte nochmals, und da alles still blieb, griff sie vorsichtig nach der Türklinke. Die Tür war unverschlossen, und Agathe trat in einen kleinen Vorraum, in dem eine alte Frau von übergesunken in einem Lehnstuhl saß. Sie trug eine hohe, schwarze Spitzenhaube und hatte eine Brille auf der Nase. Ihre faltigen Hände ruhten in einer blauen Schürze mit weißen Punkten, und dicht daneben lag in ihrem Schoß ein blanker Schlüssel. »Darf ich bitte in den Garten gehen und meinen Ball holen, der über das Dach geflogen ist?«, fragte Agathe schüchtern. Aber die alte Frau blieb unbeweglich sitzen, und Agathe bemerkte erst jetzt, dass ihre Augen geschlossen waren. Schlief die alte? War sie tot, oder war sie womöglich nur aus Wachs? Gesicht und Hände sahen blass und wächsern genug aus. Agathe wiederholte ihre Bitte mit lauter Stimme und zupfte dabei ein wenig an einem der Schürzenbänder. Regungslos blieb die alte sitzen. Da nahm Agathe der Frau kurzerhand den Schlüssel aus dem Schoß, und kaum hatte sie damit die weiter ins Haus führende Tür berührt, öffnete sich diese geräuschlos und schloss sich hinter der verwundert eintretenden Agathe sofort wieder. Verwundert blickte Agathe hinter sich und bemerkte zu ihrem Schrecken, dass von einer Tür nichts mehr zu sehen war. Sie war in einen großen, runden Raum eingeschlossen, dessen hohe, weiße Marmorwände von einer gewaltigen, grünen Kuppel überwölbt waren, durch die ein sanftes Grün hereinschimmerte. Ringsherum standen Kübel mit Apfelsinen, Zitronen und Feigenbäumen voller duftender Früchte. Agathe folgte einem Plätschern und trat durch zwei Reihen hoher Lorbeerbäume an den Rand eines schneeweißen Beckens mit klarem Wasser, in dem bunte Goldfische spielten. In der Mitte des Beckens stieg ein Springbrunnen empor, auf dessen Strahl eine große, silberne Kugel tanzte. Aber all diese Pracht konnte Agathe nicht lange aufhalten. »Ich will meinen Ball wieder haben«, dachte sie sich und suchte ringsum die Wände ab, um einen Ausgang zu entdecken. Schon war sie ziemlich mutlos geworden, vom langen Suchen, als sie in einer Marmorplatte ein winziges Schlüsselloch entdeckte. Sie berührte es mit dem Schlüssel und siehe da, geräuschlos öffnete sich eine Tür, um sich leise wieder zu schließen, sobald Agathe hindurchgeschlüpft war. Staunend blieb sie stehen. Vorhin war sie nur geraten. In einen prächtigen Garten mit wunderbaren Dahlien, die auf grünem Rasen in allen Farben leuchteten. Sie hörte ein unheimliches, dumpfes Geräusch, das ab und zu von gedämpftem Rollen und Poltern unterbrochen wurde. Es schien Agathe, als mache es immer zu »Pummelmummel«, 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 »Pummelmummel«. Kaum hatte ihr Schlüssel das Schloss berührt, als sich ein Durchschlupf auftat, durch den sie hindurch huschte. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich Agathes Augen an die Dunkelheit, die in dem neuen Raum herrschte, gewöhnt hatten. Dann sah sie über sich an einer dunklen Decke Sterne blitzen, als sei dort oben der nächtliche Himmel. Und unten waren in einem schwarzen Ebenholzfußboden ebenfalls silberne Sterne eingelegt, die mit mattem Schimmer leuchteten. Was sich da im Dunkeln vor ihr bewegte, konnte sie zunächst nicht erkennen. Wohl aber hörte sie deutlich eine feine Musik, die mit lieblichen Klängen das ewige Pummelmummelgeräusch hineintönte. Dann war es ihr, als ob es allmählich heller würde, und sie erblickte ein Mädchen in ihrem Alter, das ein weites, schwarzseidenes Kleid trug und in feierlichem Tanz Mutterseelen allein den Saal durchglitt. Agathe huschte in seine Nähe, um nach dem Ausgang zu fragen. Das tanzende Mädchen aber schaute sie nur mit traurigen Augen an, legte den Finger auf den Mund und drehte sich unaufhaltsam weiter. Da wurde Agathe unheimlich, und weil sie einen Durchgang in der Richtung erspähte, aus der die Musik erklang, eilte sie dorthin. Der nächste Saal war ein wenig heller als der mit der Tänzerin und mit großen und kleinen Glasglocken geschmückt. Sie hingen an dünnen Seilen, die oben in der Dunkelheit verschwanden, einige etwas höher, andere etwas tiefer, und zwischen ihnen sprang ein bleicher Knabe umher. Leise wie ein Gespenst rannte er von Glocke zu Glocke, um sie mit einem kleinen Filzhammer zum Klingen zu erbringen. So entstand die liebliche Musik, nach der das Mädchen drüben tanzte. Der Junge schaute nach Agathe, die es kaum wagte, ihre Frage nach dem Ausgang zu stellen, mit leeren Augen an. Sie konnte sich wohl denken, dass er keine Zeit für sie hatte, wenn er seine Musik nicht unterbrechen wollte. Deshalb schlich sie auf Zehenspitzen durch den Raum, ihren Schlüssel krampfhaft in Händen haltend, bis der Anblick eines weiteren Schlüssellochs sie mit neuer Hoffnung erfüllte. Ein Moment später befand sich Agathe in einem langen, schmalen Gang in irgendeinem verwahrlosten alten Haus. »Ach, ein Glück, endlich hört der Zauber auf! Am Ende des Ganges ist sicher die Hintertür, die in den Garten führt,« dachte sich Agathe. Und am Ende des Ganges war zwar eine Tür, aber dahinter lag nur ein kleines, muffiges Zimmer. Agathe eilte schnell hindurch und kam in einen ganz ähnlichen Raum, ebenfalls ohne Möbel, mit viel Schutt auf dem feuchten Fußboden. Beide Zimmer hatten zwei Türen und so hoch liegende kleine Fenster, dass Agathe nicht hindurchschauen konnte. Bald hatte sie ein halbes Dutzend solcher Kammern durchlaufen und war dabei ganz wirre geworden. Sie schien in einem wahren Irrgarten aus lauter leeren Räumen geraten zu sein. Welche Tür sie auch öffnete, immer bot sich ihr der gleiche, trostlose Anblick. Agathe wurde ganz elend und jämmerlich zumute. Sie begann zu weinen und stolperte schließlich, laut um Hilfe rufend, durch das gespenstische Gefängnis. Bald hatte sie sich heiser geschrien und sank erschöpft auf eine Strohmatte, die man beim Auszug wohl vergessen hatte. Dort schluchzte sie leise vor sich hin. Dann wurde sie plötzlich still, hob den Kopf ein wenig und lauschte. Ein menschlicher Laut war ihr ans Ohr gedrungen. Allerdings kein tröstlicher Laut, sondern ein entferntes Seufzen und Stöhnen. Hatte sich hier etwa noch jemand verirrt? Agathe ging dem Geräusch nach. Bald stand sie vor einer großen, weißen Tür mit einem Messinggriff. Sicher, hinter dieser Tür war das Stöhnen. Sie klopfte an, bekam aber keine Antwort. Das Stöhnen wurde nun lauter, als ob drinnen jemand im Sterben läge. Da öffnete Agathe die Tür und trat in ein gut eingerichtetes Schlafzimmer mit hohen Fenstern, einem Spiegel und einem Waschtisch aus Marmor. Das Stöhnen drang aus einem mit grüner Seide verhangenen Wandbett. Zitternd zog Agathe den Vorhang zur Seite und schaute erschrocken in das todbleiche, gänzlich verfallene Gesicht einer jungen Frau, die sie aus tief liegenden, dunklen Augen anstarrte. Sie deutete mit ihren dürren, knochigen Fingern an ihren Mund und hauchte leise »Wasser, Wasser«. Agathe schaute sich im Zimmer um. Da standen wohl Gefäße, aber in keinem war auch nur ein Tropfen Wasser. Sie nickte der jungen Frau zu und flüsterte »Ich hole Wasser«, ergriff einen Krug und eilte hinaus. Aber wo sollte sie Wasser und wie in das versteckte Zimmer zurückfinden? Während sie noch ratlos auf der Schwelle stand, sah sie ein weißes Mäuslein vor sich, das sie mit roten Augen klug anschaute, ein Stück voran lief und sich dann umblickte, als ob es sagen wollte »Komm nur mit mir, ich weiß Bescheid«. Agathe folgte dem Mäuschen durch eine Reihe verödelter Kammern und viele Treppen hinab. Das unheimliche Pummelmummelgeräusch, das Agathe die ganze Zeit im Ohr gelegen hatte, verstärkte sich immer mehr und vermischte sich mit einem lauten Rauschen und Platschen. Schließlich führte das Mäuschen Agathe in eine gewaltige Waschküche. Ein riesiger Wäschekessel rumpelte und rauschte darin, von dickem Dampf eingehüllt. »Pummelmummel, Pummelmummel«, machte es, und Agathe wusste nun, wie das Geräusch, das ihr so viel Angst gemacht hatte, zu erklären war. Aber Angst hatte sie darum nicht weniger, denn durch den Dampf sah sie die gespenstischen Schatten riesiger Frauen, die die Wäsche bearbeiteten. Wie Windmühlenflügel bewegten sich ihre langen, dürren Arme, und zwischen dem Rollen, Plätschern und Spritzen hörte Agathe sie unablässig schnattern. Zwei große, blanke Wasserbottiche waren mit heißem und kaltem Wasser gefüllt, und mittendrin saß ein kleiner Junge, der bald aus diesem und bald aus jenem Bottich schöpfte, wenn die Frauen mit ihren Wannen kamen. Zwischendurch vergnügte sich der Junge damit, aus einer kleinen Tonpfeife Seifenblasen zu pusten, die bunt glänzend nach oben im Wasserdampf verschwanden. Als der kleine Agathe mit ihrem Krug verschüchtern dastehen sah, lachte er ihr zu und winkte, denn bei dem Lärm ringsum wäre seine Stimme nicht zu hören gewesen. Er schöpfte aus dem Bottich mit kaltem Wasser, bis Agathes Krug voll war. Dann negte er ihr zum Abschied freundlich zu, als sie hinter dem Mäuslein her aus der Waschküche forteilte. An der Tür ließ ein gewaltiges Gelächter und Gekreische sie noch einmal erschrocken zurückblicken. Da sah sie, wie mehrere der Frauen auf sie zeigten und aus vollem Halse lachten, als hätten sie noch nie etwas Komischeres gesehen als die kleine Agathe. Die aber eilte ihrer kleinen weißen Führerin hinterher, stand schließlich wieder vor dem Wandbett und reichte der kranken Frau ein Glas Wasser nach dem anderen, bis der Krug leer war. Als die Frau ihr das Glas schließlich mit dankbarem Blick zurückreichte, sah sie bei weitem nicht mehr so verfallen und elend aus wie vorher. Aber laut sprechen konnte sie immer noch nicht, sondern nur matt flüstern, Milch, bitte ein wenig Milch. Agathe ergriff einen Milchtopf, der auf dem Tisch stand, und folgte dem weißen Mäuslein. Treppauf, Treppab ging es durch viele Räume, bis sie endlich in einen ungeheuer großen Stall kam. Da standen braune Kühe, groß wie Elefanten. Sie blickten unendlich friedlich und gutmütig mit ihren großen, dunklen Augen auf das kleine Mädchen herunter. Da kam ein rotbäckiges Riesenfräulein, das mit einem großen, roten Mund freundlich lachte. Etwas Milch willst du haben, kleine Puppe? fragte sie. Agathe gab ihren Topf hin, um ihn gleich darauf mit Milch gefüllt wieder aus den Riesenhänden entgegenzunehmen. Als die kranke Frau die Milch getrunken hatte, färbten sich ihre blassen Wangen mit einem leichten Rot, und ein schwacher Glanz kam in ihre Augen. Jetzt noch weinen, liebes Kind, ein wenig weinen. Agathe nahm von Neum einen Krug und folgte dem Mäuschen, das schon eifrig an der Tür hin und her trippelte. Bald waren sie in einem unterirdischen Gewölbe, das zu einer riesigen Kegelbahn ausgebaut war. Da ging es recht laut zu. Wenn die zentnerschweren Kugeln sausten, da war es, als ob Lawinen dahergebraust kämen. Die Bahn war von großen Lampen erhellt, deren Licht in Wolken und Tabaksqualm bald ertrank. Wenn die gewaltigen Kegel an ihrem Ende umfielen, klang es wie Donnerhall. Agathe erinnerte sich, dieses Getöse neben dem Pummel-Mummel-Geräusch schon gehört zu haben. Gewaltige, dickbäuchige Kerle vergnügten sich hier. Ihre rotwangigen Vollmundgesichter trieften vor Schweiß, wenn sie hemmzärmelig die dicken Kugeln die Bahn entlang schleuderten. Inzwischen leerten sie lachend große Humpen mit Wein, den sie aus ungeheuren Fässern rinnen ließen. Sie beachteten Agathe und das Mäuschen nicht dem Mindesten. Die beiden liefen an den Bahnen entlang den Kegeln zu, und die großen Kugeln donnerten an ihnen vorüber. Zwei kleine Jungen, nicht halb so groß wie die mächtigen Kegel, waren eifrig damit beschäftigt, die Kegel immer wieder aufzurichten. Das machten sie mithilfe von Flaschenzügen. An jedem Kegel befand sich eine glänzende Öse, in die sich Seile einhacken ließen, die über hoch oben befestigte Rollen liefen. Es war erstaunlich, wie geschickt die beiden dabei waren. Kaum waren die Kegel gefallen, da standen sie auch schon wieder. Allerdings hatten die Jungen nicht viel Zeit zu verlieren. Als sie Agathe mit dem Weingrug sahen, nickten sie ihr nur freundlich zu, deuteten auf ein kleines Weinfass, das in der Ecke lag, und sagten, »Da zapf dir nur etwas ab, der ist gut, betrunken warst du nicht davon.« Sie sah noch, wie die Jungen ihr freundlich nachschauten, und eilte dankbar mit ihrem Krug voll Wein den Mäuschen nach. Die kranke Frau in dem Wandbett weinte fast vor Freude und Dankbarkeit, als Agathe mit dem Weingrug ins Zimmer trat. Sie nahm den Wein, ließ sich ein Glas geben, und nachdem sie es geleert hatte, sagte sie mit frischer, freundlicher Stimme, »So, nun bin ich wieder gesund. Geh durch die Seitentür, liebes Kind, sie führt in mein Wohnzimmer. Wenn ich mich angekleidet habe, komme ich zu dir.« Agathe tat ihr wie geheißen und befand sich zu ihrer Freude in einer gemütlichen Stube. Hell fiel das Sonnenlicht durch hohe Fenster auf freundliche Möbel, und in einem kleinen vergoldeten Käfig zwitscherte ein Kanarienvogel. Während sie noch staunend dastand, hörte Agathe im Schlafzimmer jauchzende Kinderstimmen. »Mutter, liebe Mutter«, klang es froh zu ihr herüber. Bald darauf öffnete sich eine große Flügeltür, und herein trat die Frau, die vor kurzem noch tot krank gewesen war, lächelnd, frisch und gesund. Und an ihr und um sie drängten sich fröhliche Kinder, Jungen und Mädchen. Mit Verwunderung erkannte Agathe in ihnen die Tänzerin, den Jungen, der die Glocken schlug, den kleinen Seifenblasenmann aus der Waschküche und die kleinen Kegelknaben. Außerdem war ein niedliches kleines Mädchen dabei, das sie nicht kannte. Es wurde von allen Mäuschen genannt. Die Mutter trat freundlich auf Agathe zu, nahm sie bei der Hand, setzte sich auf einen Lehnstuhl und zog Agathe auf ihren Schoß. Die Kinder stellten sich im Kreis auf und schauten lächelnd zu. »Nun, kleine Agathe, du weißt wohl nicht, wohin du geraten bist und was all diese sonderbaren Ereignisse zu bedeuten haben. Unser Haus war von einem bösen Zauberer verwunschen worden, doch durch deine Tapferkeit und selbstlose Hilfe sind wir erlöst worden. Ein kleines Mädchen musste mutig genug sein, mir in dem unheimlichen Pummel-Mummel-Haus Wasser, Milch und Wein zu suchen und zu bringen, um uns vor dem schrecklichen Zauber zu befreien. Wir sind dir sehr, sehr dankbar, du kleines, mutiges Mädchen. Kann ich dir einen Wunsch erfüllen, so will ich es gerne tun.« »Ach«, rief Agathe da schnell, »mein Ball, mein schöner, bunter Ball. Er muss in der Dachrinne liegen, wenn er nicht bis in den Garten geflogen ist.« Da lachte die schöne Frau, und all ihre Kinder lachten mit. Sie ließ Agathe sanft von ihrem Schoß gleiten, öffnete ein Fenster und griff hinaus. Als sie die Hand wieder hereinzog, lag ein grün-roter Ball darin. Agathe schrie freudig auf und fing den Ball, den die Frau ihr lächelnd zuwarf. Darauf gab sie Agathe ein silbergesponnenes Ballnetz. Es war sehr schwer, denn es lagen bereits zwei Bälle darin, ein goldener und ein diamantener. Agathe legte ihren dazu und konnte das Netz kaum mehr tragen. Die Frau aber sagte, »Jetzt wirst du nach Hause müssen, kleine Agathe. Deine Mutter wird schon nach dir gesucht haben.« Sie schob eine schmale Tür an der Wand zurück, und dahinter stand eine mit rotem Samt gepolsterte Bank. Als die Frau ihr einen sanften Kuss auf den Mund gab und alle Kinder ihr zum Abschied die Hand reichten, da wurde Agathe ganz traumhaft zumute. Sie sank in die weichen Kissen der Bank, die plötzlich anfing, sich zu senken. Bald kam es Agathe vor, als sinke sie nicht mehr, sondern fliege, sanft getragen durch die Luft. Die Augen fielen ihr zu. Und als sie sie wieder öffnete, dauerte es eine ganze Zeit, bis sie erkannte, dass sie in der Nusslaube des elterlichen Gartens auf der Bank lag. Gerade blickte ihre Mutter herein und sagte ganz erstaunt, »Ach, hier liegst du und schläfst und lässt mich ganz alleine die Erdbeeren pflücken, mir tut der Rücken schon weh.« Agathe sprang auf und schleppte ihr Ballnetz hinaus in die Sonne. Da schlug die Mutter die Hände über dem Kopf zusammen, denn die Bälle in dem Netz erstrahlten in wunderbarem Gold und Regenbogenglanz. Die Hexe von Steinbronn Die Steinbronner hatten seitdem, wie andere Christenmenschen auch, geglaubt, nur die vielfältigen Laster der Irdischen stammten aus des leidigen Teufelsasenal. Erst Samuel Dorn, der ortsfremde, kürzlich zugewanderte Schneider, brachte sie auf die Vermutung, dass auch manches, was man landläufig als Tugend bezeichnete, finsterer Herkunft sein müsse, und seine feinsten Wurzelchen in jene Region senke, wo aus Pech und Schwefel der glänzende Asphalt gekocht wird, für den breiten Weg, der zur Verdammnis abführt. Ging es nicht mit dem Teufel zu, wenn dieser wortkarge, verhutzelte alte Schneider nie und nie die Geduld verlor, es mochte ihm so hundsmiserabel gehen, als es nur wollte. Ging's nicht mit dem Teufel zu, wenn Samuel Dorn gelassen blieb, selbst wenn sein gelbgesichtiges Weib mit den stechenden Vogelaugen tagelang müßig im Bett lag und den alten Ehegatten Wasser tragen, Feuer anmachen, Suppe kochen, ja, die ärmliche Wäsche waschen ließ, ohne sich zu rühren. Hätte ein einziger christlicher Steinbronner das je getan, ohne an den allwissenden Herrgott die bittere Frage zu richten, warum man denn in drei Teufelsnamen geheiratet habe? Es kam heraus, dass der Schneider katholisch war, dazu ein Österreicher oder ein Slowak, kurzum etwas Zweifelhaftes. Von der Donau sprach er dann und wann. Und des Reichenbäckers Sohn, der Fritz, der so ziemlich überall herumgekommen war, der sagte, dass die Ufer der Donau eine Gegend seien für Mausfallenhändler und Verwandtegewerbe. Die Steinbronner waren aufgeklärt genug, um zu wissen, dass der Teufel, der hinter dem unheimlich geduldigen Schneiderlein stand, nicht der Unhold mit langem, zottigem Schweif, kurzen Hörnern und Pferdefuß persönlich war. Ah, sie wussten genau, dass der Fürst der Finsternis so gut wie der liebe Herrgott oder der König seine Leute hat, die er für sich arbeiten lässt. Und es blieb nicht lange verborgen, dass die Sef, eben das vielbettligerige, gelbgesichtige Weib mit den stechenden und unruhigen Augen, das Werkzeug der Finsternis war. Nach der Pfeife dieser Sef tanzte der Schneider. Aus ihren Augen las er seine Befehle, von ihr strömte die knechtende Macht aus, die alle Mannheit, allen Willen in dem Österreicher gefesselt hielt, wie Buben den Maikäfer fesseln. Wer kann es den Steinbronnern verdenken, dass sie das fremde Weib mieden, ja, hassten, und sie im Bogen umgingen? Man weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, dass die Sef eine Hexe sei. Aber es war, als ob damit nur ausgesprochen worden wäre, was greifbar in der Luft lag. Es war nur der letzte, leichte Stoß, der die Kristalle zusammen- und anschießen ließ. Und wie jede richtige, tatsächliche Hexe vermied die Sef alles, was ein Licht auf ihre eigentliche Natur hätte werfen können. Sie hielt sich fern von den Menschen, auf deren Verderben sie sann. Sie wandte die stechenden Augen ab, wenn man sie ansah. Sie ging ihrer Wege in fast schleichender Stille und Scheu. Sie grüßte, wo kein anderer an einen Gruß dachte. Weil die Hexen von selber alles wissen, zeigte sie nie Neugier. Und weil die Hexen alle Macht und jeden Sieg in Händen haben, so stritt sie nie und tat immer, als ob sie nachgäbe. Können Christenmenschen ruhig werden, wenn Kinder der Finsternis vermummt und verhüllt unter ihnen einhergehen, ist es nicht, als ob die Luft voll Schwüle wäre, als ob unsichtbarer Zündstoff aufgehäuft würde von ruchlosen Händen. Zündstoff, der dir zu jeder Stunde unversehens das Dach überm Kopf auflodern lassen kann. Denen von Steinbronn wäre es fast lieber gewesen, die Höllenkraft dieses fremden Weibes hätte sich einmal kräftig in irgendeiner Schandtat entladen, als das männiglich im Bann des Erwartens stand, wenn es die bleiche Sef müde durch die Gassen schlich und Sonne suchte, während der unglückselige Schneider daheim die Arbeit tun musste. Da kam das Frühjahr. Der Sturm durchschüttelte die Wälder rund um Steinbronn und brach nieder, was nicht mehr jung und gesund war, um ein neues Emporquellen des Lebens auszuhalten. Zur selbigen Zeit erlitt die Sef einen Schlaganfall, der ihre linke Seite und die Zunge lämmte. Merkwürdiges Zusammentreffen war es, das gerade in der Nacht, als das geschah, des reichen Bäckers Weib, dem weitgereisten Fritz seine Mutter, auf ihren Knien gebetet hatte, »Von allem Bösen, erlös uns, lieber Herr und Gott!« Im Kämmerlein natürlich hatte sie gebetet, und bei verschlossenen Türen. Niemand als Gott allein hat es hören können, denn ihr Mann und ihr Sohn waren zu der Stunde unten in der Backstube und schafften den Teig zu den fünfzehn Leiben Roggenbrot, die der Rössleswirt bestellt hatte für die Taglöhner, die ihm Hopfenstangen setzen mussten am warmen Berg. Des reichen Bäckers Weib war nicht immer fromm gewesen, aber jetzt holte sie nach, was sie in der Jugend versäumt hatte. Und wie fast jede nachgeholte Frömmigkeit hatte auch die ihrige zu viel Fülle, um still und selbstverständlich in die Kahlheiten, Leeren und Mängel dieses Lebens hineinzuschlüpfen, alles fröhlich auszugleichen und eben zu machen. Unbeholfen und umfangreich stand die Frömmigkeit der Bäckersfrau auf den kurzen Füßen. Wenn sie sich bewegte, krachten alle Bretter, wenn sie sich setzen wollte, war jeder Stuhl zu schmal und ein Verstecken gab's gleich gar nicht. So kam auch jenes nächtliche, zeugenlose Beten an den Tag. Männiglich im Dorf wussten davon und stärkte sein Gottvertrauen an der Tatsache, dass der Himmelsherr wie ein guter Jagdhund gleich die richtige Beute packt, wenn man ihm zuruft, Fass an! Ohne nähere Instruktionen. Also das fremde, scheue Weib lag niedergestreckt und unschädlich gemacht im ärmlichen Bett, neben dem der Schneider auf dem Werktisch saß und Kartoffelsäcke flickte, in denen sieben Katzen keine Maus mehr gefangen hätten. Früher war's zu Steinbronn nicht üblich gewesen, solche Säcke noch einmal flicken zu lassen. Kein Schneider weit und breit hätte die hoffnungslose Arbeit angenommen. Aber dem Österreicher, den die gelbe Hexe am Faden hielt, dem konnte man zutragen, was es auch war. Er saß bei seinem Weib, nähte, schwieg und muckte nicht gegen den Bann. Im Frühjahr haben die Steinbronn ein Fest, das aus alten Zeiten stammt. Mit Böllerschüssen beginnt es am frühen Morgen. Mit Lärm und Geschrei endet's am späten Abend im Wirtshaus. Die Kränze aus Tannenreis, die zu diesem Fest vonnöten sind, winden die ledigen Burschen und Mädchen etliche Abends zuvor in dem weiten Hof des alten Schulzen, der von hinten an das Häuslein stößt, in dem das Schneiderspaar wohnte. Es ging nie still zu bei dieser Arbeit, und damals vielleicht lauter als je. Der Bäckerssohn führte das große Wort, erzählte von draußen, von seinen Wanderfahrten und seinen Abenteuern mit fremden Mädchen. Die Dämmerung sank, und lauter wurde das Lachen und Kreischen. Hinter des Schulzen Apfelbaum, der erst rötliche Blütenknospen, aber noch keine Blätter hatte, kam der volle Mondgrinsentempor. »Ja«, prallte der Backenfritz, »mit den Weibern kenn ich mich aus, und die schwarzhaarigen, die blitzaugigen, die sind die feurigsten. Einmal hab ich mit einer angebandelt gehabt.« Er wollte weiterreden, er war so schön im Zug. Da stand auf einmal wie aus dem Boden gewachsen der alte Schneider mitten unter den Kranzbindern. Der Mond schien ihm ins kleine Gesicht, das seltsam zuckte. »Sssst«, machte er lang gedehnt, indem er einen Finger an den Mund legte, als wollte er zur Stille mahnen. »Sssst«, die Seff, die Seff. Die Jungen um ihn herum verstummten. Das Erstaunen machte sie still. Was wollte das armselige Kerlchen da mitten unter ihnen? »Hey, Schneider, was gibt's?« fragte einer dann. Das Männlein wandte sich hinzu. Ganz demütig murmelte er in einer fremden Mundart, »Stillen wenig, wenn's sein könnten, euer Gnaden, stillen wenig.« Es war, als ob sich die Überraschten auf eine Antwort besennen. Aber schon war der Schneider zurückgetreten und man hörte die alte, hintere Stiege am Häuschen dort unter seinen dritten Knarren. Jetzt kam dem Beckenfritz die Kaltblütigkeit des Vielgereisten zugute. »Du«, schrie er hinter dem Männlein her, »er hat dich deine Gelbe geschickt. Sag ihr, sie soll doch selber kommen.« und von der Stiege her aus einem Winkel, in den das Mondlicht nicht hineinzuleuchten vermochte, rief es zurück, »Sie ist recht. Ich vergeh's schon nicht.« Sie stritten, aber dann mit Lachen, ob das die Stimme des Schneiders oder seiner Herren gewesen sei. »Sie liegt im Bett, die Gelbe, und kann sich nicht rühren,« sagte eines der Mädchen. »Was weißt denn du?« gab ein Bursche zurück. »Die Schwarzhaarigen, Blitzaugigen, die, die der Beckenfritz kennt, die Feurigen von der Donau drunten, wo die Säff her ist. Ja, aber seine Worte gingen unter im kreischenden Lachen. Am Abend danach, als wieder die goldene Jugend von Steinbronn zu löblichem Thun in des Altschulzenhof versammelt war, trat noch einmal der Schneider unter sie. Diesmal kam er nicht leise, unbemerkt und scheu. Strax wie einer, der sein Ziel vor Augen hat und genau weiß, was er will, ging er auf den hochgeschichteten Haufen fertiger Kränze zu und nahm einen davon weg. Wie über einen ertappten Dieb fielen sie über ihn her. »Halt, Schneider! Das gibt's nicht! Frechheit!« klang es immer durcheinander und der Beckenfritz nahm mit hastigem Ruck den Kranz aus des Schneiders Hand. Der Alte sah sich um, als ob er aus dem Schlaf gerissen worden sei. Er stammelte etwas, das klang wie »Die Säff, die Säff«. Dann ward sein Blick bewusster, schärfer und blieb an dem blühenden Gesicht des Fritz hängen. »Tuh!« sagte er ganz leise und doch seltsam durchdringend und drohend. »Jetzt noch einmal!« Und er schritt davon. Beim Mond- und Laternenschein tat die Kommission, der das Schmücken der Straßen und Häuser oblag, noch am Abend einen großen Teil der Arbeit. Des Schneiders Wohnung ging gegen die Hauptstraße und auch sie sollte grünen Schmuck erhalten, damit das alte und kläglich armselige Haus nicht wie jener Gast in der Bibel das Fest schände durch ein Kleid, das nicht hochzeitlich war. Aber als die geschäftigen, eifrigen Burschen um Einlass klopften, tat der Schneider die Türe nicht auf. Keinen Lichtschimmer sah man hinter den geschlossenen Läden. Da schleppten die Findigen kurzerhand eine Leiter her und schlugen von außen den Nagel für den Kranz ins Fenstergesinns. Aber als in der Früh des Festmorgens die helle Sonne in die Gasse schien, da war der aufgehängte Kranz verschwunden. Ungeschmückt schaute das Haus hohnvoll in den Tag hinein. Nun ergrimmten die Festordner. Zwei Burschen wurden in das Haus geschickt, dass sie dem hergelaufenen Pack die Sachlage klar machen und das Nötige erzwingen sollten. Heiß vor Grimm und Drohend stiegen die beiden empor. Still und abgekühlt kamen sie wieder herunter. Erst winkten sie nur ab und redeten gar nicht. Dann sagten sie, die Seff habe den Kranz. Aber die Seff liege da wie tot. Gelb wie eine Zitrone, lang hingestreckt und starr, die dürren Hände unter dem Kranz auf der Brust gefaltet. Und der Schneider hocke daneben auf dem Werktisch wie ein Affe. Er rühre sich nicht und rede nicht und lasse die Augen nicht von der Schwarzhaarigen. Erst schauten die Ortssöhne drein, als hätten ihnen die Hennen das Brot gestohlen. Dann kam ein kurzes Lachen auf. Sie wird nicht tot sein, die, sonst könnte der Schneider aufschnaufen. Solange die Hext nicht unter Bock ist, ist die Macht bei ihr, sagte ein anderer. Das Fest nahm seinen Lauf. Die Böller krachten, dass die Nebel auf den frühlingsfeuchten Wiesen zitterten und wogten. Der Oberfeuerwerker der Steinbronner war ein grauhaariger Schreiner, ein ehemaliger Kanonier, der bei Belfort mitgeschossen hatte. Nie drünten ihm die Böller stark genug. Und als der Beckenfritz sagte, oh, Matthais, spar deinen Pulver nicht, die Schneidershex hat's ausgeschnauft, da lud er zuletzt dreifache Ladung. Den Schlag davon hat man gehört, bis nach Niedersteinbach und der Kanonier auf gleicher Werk in die Ohren gestopft und bei dem Schuss den Mund weit aufgerissen hatte, wie es das Reglement bei seiner einstigen Batterie vorschrieb. Er verspürte einen Schlag, als er er noch einmal leer bub bei seiner bösen Meisterin. Aber er lachte dazu. Er lachte und dachte, dieser Schlag sei die letzte Bosheit der Gelben gewesen, der der Schuss gegolten hatte. Nach dem Fest waren die Köpfe schwer. Im Schneidershaus gingen die paar Leute ab und zu, die nötig sind, wenn der stille Gefatter irgendwo eingekehrt ist. Sie wussten von dem Schneider zu sagen, dass er wie ein knurrender Hund um die Tote her sei und dass man ihm nichts zu Dank machen könne. Das Hemd und das Kissen seien nicht fein genug und wenn man vom Bezahlen rede, dann fahre der Alte einen an wie ein Wildkater und frage, ob es schon einmal jemand Geld schuldig geblieben sei. Der Tag war warm, fast heiß, an dem man die Seff hinübertrug nach dem katholischen Gottesäckerlein von Niederbronn. Wenn man gleich in der Frühe schon aufbrach und vier Trägerpaare sich ablösten, war es doch eine herbe Mühsal mit diesem kleinen, dürren Weibe. Steine oder Bleistücke hätten den ärmlichen Sarg nicht schwerer machen können, als die Gelbgesichtige es tat. Es war ein kleiner Zug, der hinterher schritt. Den Steinbronnern lag immer noch hier fest in Kopf und Gliedern. Der Schneider, der hinter den Trägern herging, hatte einen langen, schwarzen Rock an, den man sonst noch nie an ihm gesehen hatte und dazu einen Hut, der zu groß war. Solange man durchs Dorf ginge, schaute sich das Männlein ein paar Mal um, als wolle er sehen, wer alles sich anschließe. Aber, ob auch da oder dort jemand unter der Türe oder auf der Gasse stand und dem Sarg nachschaute, nur ein paar Weiber traten herzu, um der Seff das Geleit zu geben. Da senkte zuletzt der Schneider den Kopf und zog seinen großen Hut weit herein. Durch den Waldgürtel, der Steinbronn umschließt, führte der holprige Weg. Unter den Tannen war es kühl und aus der Waldestiefe kamen die heilenden Rufe schweifender Kinder. Da stellten die keuchenden Männer ihre Last ins Moos und fingen an, sich die nassen Stirn zu trocknen. Der Schreiner, der das Böllerschießen besorgt hatte, schwitzte am gewaltigsten. Schneider, sagte er wohlmeint und ohne arg zu dem Witwer, wenn ihr an eurem Weib ein Leben lang so schwer getragen habt, wie wir heute die halbe Stunde. Er wollte weiterreden, ein teilnehmendes Wort von Mann zu Mann, wie es keinem Christenmenschen verwehrt ist. Aber da bewegte sich der Sarg dort. Da, ihr, auf ne Wurzel habt's ihn gestellt, Leute, anders stellen, Leute, wenn ihr den Sarg tätet. Und die Träger sahen jetzt eine harzige, knorpelige Föhrenwurzel durchs Moos laufen, wie eine gekrümmte Schlange. Vorher hatte die kein Mensch gesehen. Sie stellten den Sarg nicht mehr lange anders. Sie hatten genug. Stumm nahmen sie ihn auf, stumm schritten sie unter den Tannen weiter und aus dem grünen Gürtel hinaus auf die rissigen, lehmigen Wege, die schon zur Niederbronner Markung gehören. Die Weiber blieben am Waldessaum zurück. Die von Steinbronn stehen schlecht mit den Niederbronnern und betreten ihre Markung nur ungern. Uralt ist der Streit. Gelegentlich ging's um den Glauben, gelegentlich um ein Holz oder Streu oder Wegrecht. Seit Glaubens- und Holzrechte staatlich geregelt sind, ist die äußere Ordnung besser und der innerliche Hass gründlicher geworden. Niemand weiß, ob der Schneider das Zurückbleiben der Weiber bemerkte. Er zog nur seinen großen Hut noch etwas weiter ins runzlige Gesicht. Neben dem Weg ist dort ein breiter, nicht sehr tiefer Weiher, der seit Alters her den Steinbronnern gehört. Sein Wasser hat eine merkwürdig dunkle Färbung, als ob es auf schwarzem Grunde stände. Die Wasserspinnen zucken über den Spiegel und rund um den flachen Rand wachsen gelbe Dotterblumen und lachende Vergissmein nicht. Eine Stelle soll der Weiher haben, die unergründlich tief sei. Die Steinbronner sagen, auf dem Platz des Weiher sei einst ein Nonnenkloster gestanden, das in einer schönen Nacht der Teufel zu sich hinabgeholt habe, wobei ein kleines Löchlein zur Hölle offen stehen geblieben sei. Die Niederbronner aber wollen wissen, dass in alten Zeiten ein Schulze von Steinbronn das Schatzgraben betrieben habe mit des Teufels Hilfe. Ganz tief sei er hinabgekommen, bis dahin, wo das Gold liegt, wie sonst die Ackersteine. Aber als er habe zugreifen wollen, da sei das Wasser aus der Erde gebrochen, habe den Tiefenschacht ausgefüllt, den Schatzgräber ersäuft und den Steinbronnern zu einem Weiher verholfen, dem man sein böses Herkomm deutlich genug ansehe. Nicht friedlich und unbewegt lag heute das dunkle Wasser. Der Beckenfritz hatte seines Vaters dicken Schimmel in die Schwämme geritten. In langen Stiefeln saß der Bursch auf dem umgesattelten Gaul, der sich's in der Sonnenwarmen Flut wiehernd und schnaubend wohl sein ließ. Schwere Wolken bräunlichen Schlammes stiegen auf unter den Pferdehofen. Wie sie da, dickem Rauch gleich, empor kamen, sah man erst, wie klar an sich das dunkelscheinende Wasser war, wenn es in Ruhe über dem moorigen Grund stand. Dem Beckenfritz war nicht weniger wohl als seinem dicken Gaul. Er sang ein schmetterndes Lied vom schwarzbraunen Mädchen und hieb mit seiner langen Geißel ins Wasser, dass die Perlen spritzten. Was Wunder, dass es die schwitzenden Träger der trübseligen Last gelüstete, eine Zeit lang zu verweilen. Sie stellten ab mitten auf dem Weg und stapften durch das schon hohe, taufeuchte Gras rund um den Weiher, als wollten sie den wiehernden Gaul und den singenden Burschen einkreisen. Der Schneider schaute auf und bewegte den Mund. Vielleicht wollte er sagen, sie sollten doch die Seff nicht so quer über den Weg stellen, mitten in Steine und Schollen hinein. Aber dann schwieg er. Langsam ging er zum Sarg und ganz sachte setzte er sich drauf, dorthin, wo seines Weibes Füße lagen. So schaute er, den Rücken den Steinbrunnern zugekehrt, unter seinem großen Hut hervor, über gründe Ackerbreiten hin, aus denen jubelnd die Lerchen stiegen. Grau und ohne Leben war sein runzliges Gesicht. Fast sah es aus, als wolle er einschlafen. Da gab es am Weiher hinter seinem Rücken ein lautes Lachen. Ein Ruf klang herüber, als ob er den Schneider anginge. Der wollte sich am Mann, wollte umschauen. Aber da flog schon ein großes Etwas über den Sarg hin, dicht neben dem Männlein, dem sprühende Wassertropfen Rock und Gesicht benetzten. Wie entsetzen glitt es da über des Schneiders Antlitz. Er schnellte auf und er taumelte vorwärts. Tief bückte er sich zur Erde nieder, so dass sein Hut weit über den Weg kollerte. Er nahm einen Stein auf, einen scharfkantigen Kalkstein mit frischer, bläulicher Bruchfläche. Eine Sekunde lang wog er ihn in der Hand und dann warf er ihn mit keuchendem Schrei hinter dem Etwas her, das über den Sarg der Seff hinweggesetzt hatte. Das Etwas war der dicke Schimmel gewesen, dem die Tropfen von den glänzenden Flanken rannen, auf dessen Rücken der Fritz saß. Nach vorwärtsgerissen vom gewaltigen Schwung seines Wurfes taumelte das Schneiderlein über sein Hut hinweg. Aber dort vorne taumelte jetzt auch der Reitersmann. Die Steinbronner sprangen hinzu. Schon lag der Fritz von dem ungesattelten Gaulgeglitten lang auf dem Weg und der Schimmel trabte der nächsten Wiese zu. Das war gegangen wie Blitz und Knall. Auch wenn der Schreinerkanonier nicht ganz deutlich gehört hätte, dass der Schneider bei seinem verhängnisvollen Wurf Seff schrie, hätte man doch leicht wissen können, wie da die Zusammenhänge waren. In Niederbronn drüben fing jetzt, das katholische Sterbeglöcklein zu läuten an. Rasch, kurz und geschäftig war sein Klang, anders als man es in Steinbronn gewöhnt war. Es hörte sich an, wie eine Mahnung, das fremde Weib endlich herbeizubringen und den Pfarrer nicht warten zu lassen. Die Männer neben dem bewusstlosen Fritz schauten mit feindseligen Augen nach der Richtung, aus der der Klang kam. Ein paar davon zogen die schweren Sackohren und nickten. Der Schreiner aber sagte laut und hart gegen den Schneider hin, der jetzt reglos mitten im Wege stand. Hör, soll sie selber tragen, seine Kanaie! Da bückte sich das Männlein, nahm den ganz zertretenen und verbeulten Hut vom Boden auf und fing an, den gelben Lehmstaub mit dem Ärmel wegzuputzen. Mach's schon, mach's schon, neuer Gnaden, sagte er dabei ganz erstickt, wie er immer gesagt hatte, wenn man ihm die hoffnungslos zerrissenen Kartoffelsäcke gebracht hatte. Dem Burschen auf dem Weg rieselte das junge Blut aus dem dichten, blonden Haar. »Tun wir zuerst den daheim, die Lebendigen kommen vor den Toten«, sagte einer der Männer. Da fassten sie an und nahmen den Fritz auf. Andere holten den fressenden Schimmel aus dem glitzernden, morgenfeuchten Gras heraus, und sie zogen ab mit ihrem blutenden Ortsgenossen und schauten nicht um nach dem österreichischen Schneiderlein und seiner bösen Gefährtin. Umsonst rief in der Fahne das eifrige, katholische Glöcklein. Der Schneider hielt immer noch seinen zerschundenen Hut und säuberte daran. Die dürren Hände zitterten ihm, und sein Gesicht sah aus wie Asche. Er sah die Leute davon gehen, alle, auch den Letzten. Da wurden seine alten Augen groß und entsetzt. Er ließ den Hut fallen und tat einen Schritt hinter den gehenden her. Dann aber stand er mit hängenden Armen wie zerschlagen, und ein klagender Ruf kam aus seinem Mund, der klang wie »Seph!« Der katholische Pfarrer von Niederbronn und der dortige Totengräber sind die ersten gewesen, die nachher auf den Platz kamen, dicht neben dem Weiher. Bis an die Markungsgrenze ging sie dem säumenden, fremden Gast ihres Gotte-Eckleins entgegen. Erst eine gute Zeit später kamen auch die Steinbronner Träger unter Verstärkung des Schulzen, des Polizeidieners und so vieler Steinbronner und Steinbronnerinnen als genügt hätten, um die reichste und vornehmste Ortseingesessene zu begraben. Aber alle, die da kamen, kamen umsonst. Auf dem heißen, tennenharten Weg zeigte ein kleines Rinnsal dunklen, angetrockneten Blutes, wo der Fritz gelegen hatte. Nicht weit davon lag der zertrampelte Hut des Schneiders und wieder ein Stück weiter eine zerbrochene, große Schere. Mit spitzen und schollen Fingern nahm die der Schreiner auf. »Hörgott«, sagte er unruhig, »Jetzt hat der Schneider die Schere weggeworfen und eine Schere im Sack ist das Einzige, was hilft gegen eine Hexe. Jetzt hat sie ihn vollends ganz.« Der fremde Pfarrer sagte nichts darüber, aber sein Gesicht bekam einen feindseligen und geringschätzigen Ausdruck. Das sah der Schulze und er setzte scharf ein gegen den Schreiner und seine unvernünftige Rede. Und jetzt fanden sie am Wegrand zwei runde, braune Stückchen Holz mit je einem blanken Nagel darin. Die musterte der Schulze streng und er sagte, dass das zwei Füße vom Sarg des Weibes seien, die zu schlecht und schlampig angenagelt waren, als dass sie festgehalten hätten, als man das armselige Bretterhäuslern über den holprigen Weg schleifte. Dem Schreiner stieg das rasche Blut in den Kopf. »Seit wann macht man die Sage zum Schleifen?« stieß er zornig hervor. »Hätte ich die Füße einzapfen und eindrehen sollen wie die für Millionäre? Wer zahlt mir denn die Arbeit?« Und auf einmal fiel dieses »Wer zahlt denn?« auf noch anderen Leuten ein und sie suchten mit geschärften Augen nach dem Schneiderlein. Zerwühlte und zerquetschte Dotterblum, zertretene »Vergissmein nicht«, fand man am Weihersrand. Schwarz und unheimlich dick stand das Wasser. Am dunkelsten und trübsten dort, wo die Steinbronner das sündige Nonnenkloster, die Niederbronner den goldgierigen Schulzen in der Tiefe wissen. Das Bartuch lag säuberlich gefaltet unfern im Grase. Tagelang ist mit Haken und Stangen nach dem fremden Paar gesucht worden. Es gab Stimmen, die sagten, wenn der Schreiner den Sarg nicht so liederlich gemacht hätte, dass durch jede Fuge hätte Wasser dringen können, dann wäre die Sucherei nicht umsonst gewesen. Andere sagten, dass eine rechte Hexe jedes Holz könne sinken machen. Und den Schneider, den habe die Gelbgesichtige, nachdem er die Schere von sich geworfen, einfach zu sich in den Sarg gezogen, ehe sie in den Teufelsweiher fuhr. Dass das Männlein die Last über den Wegrand geschleift und in das Wasser gestürzt habe, das sei ein Ding der Unmöglichkeit, behaupteten die Träger. Denn nie sei ihnen, den starken Männern, ein Toter so schwer geworden, wie das Weib mit den Vogelaugen. Reglos steht längst der Wasserspiegel wieder über dem moorigen Grunde. Nur die Spinnen zucken darüber. Der Beckenfritz mit seinem zusammengeflickten Schädel getraut sich nicht mehr, den Schimmel in die Schwämme zu reiten. Auch nicht in jenem Teil des Weihers, in dem der Gaul Grund findet. Wenn er das Wasser sieht, packt ihn ein Gaun so stark, wie es sonst keinen packt. Die Steinbronner sagen, von dem geflickten Schädel alleine komme das nicht. Um den Schneider ist's allen leid. Er ist im Grunde ein gutes Männchen gewesen. Die kleinsten Kartoffeln, die dünnste Milch, das schlechtst geratene Brot hat man ihm geben dürfen an Zahlung statt, ohne dass er aufmuckte. Hätte er doch die Schere nicht weggeworfen in jener Stunde. Das war sein Untergang. Gott soll seiner gnädig sein. Betet das Bäckerswein. Übernatürliche Kräfte An einem regnerischen Apriltag kam er auf den Hof. Barfuß und Barhaupt das Gewand zerschlissen und die Füße wundgelaufen. So hingte er herein und man nahm ihn auf aus Menschlichkeit. In der Scheune wies man ihm sein Lager im Heu an. In der Küche bei den Dienstleuten durfte er essen. Ein paar Tage lang wurde er betastet, beschnüffelt, beargwohnt wie ein Hund, der sich um die Ecke seines Reviers gewagt hat. Dann war er aufgesaugt vom Neuenkreis und bald gehörte der Michel zum Hof, so gut wie die Rossknechte und die Stalldirn. Er war anstellig und zu mancher Arbeit zu gebrauchen, die den anderen zu gering oder zu zeitraubend, zu nebensächlich war. Er wurde der dienstbereite Knecht der Knechte, die verlässliche Hilfskraft der Mägde, das Faktotum des hochgebietenden Verwalters, der ein strenger Herr war. Die Schweine, die Schafe, die Hühner liebten den Michel. Den Kühen war er sympathisch, den Pferden zum wenigsten nicht widerwärtig. Wenn er auf bloßen Füßen lautlos durch ihren Stall huschte, ließen sie die Ohren spielen und stampften ein wenig. Ja, der zierliche Schimmel verstieg sich sogar oft zu einem kleinen Viren, das wie ein leises Lachen klang. Aber am besten verstand sich der Michel mit den Tauben. Auf sein lockendes Pfeifen kam sie von den Dächern herab und flatterten um ihn her und vor seinen Füßen, ja, ein blaugrauer Täuberich ließ sich oft sogar auf des zugewanderten Stromers nieder. Dann grinste der Michel und redete mit den Vögeln in der Mundart seiner Heimat, die die Leute vom Hof nur mit Mühe verstanden und nur dann, wenn der Fremdling seiner flinken Zunge die Zügel anzog, dass das Tempo langsamer wurde. Der Spaß mit den Tauben gefiel besonders den Mägden. Aber eine unter ihnen, die älteste und drangerste, die über mehr Lebenserfahrung verfügte als all die anderen zusammen, wurde doch einst stutzig und spürte die Geheimen, um nicht zu sagen, die okkulten Kräfte, die hinter der Zutraulichkeit der sonst so scheuen Vögel stecken mussten. Da wurde sie vorsichtiger im Umgang mit dem Zugereisten, zurückhaltender, gedankenvoller. Männer nach Feierabend von seinen Wanderungen und Abenteuern erzählte, machte sie im Stillen ihrer Abzüge und Ergänzungen. Sie legte sich Michels Leben und Taten so zurecht, wie es ihre heimliche Erkenntnis ihr eingab. Bald schon merkte Michel die Veränderung in der Gesinnung der Obermarkt, die sich nicht nur in allerlei Redensarten, sondern sogar in verminderten Fleischrationen und ähnlichen Maßnahmen auswirkte. Ja, die es dahin brachte, dass die Gestrenge dem Michel für seine Dienstbereitschaft und Geschäftigkeit nicht mehr dankte. Wenn er ihr ungeheißen Holz zum Kochen herzuschleppte, die Kartoffeln aus dem Keller holte, die stumpfen Messer wetzte, niemals erklang ein freundliches Wort des Dankes aus dem haben Mund der Ältlichen. Denn sie wusste und bedachte, dass jeder dankende Brücke eine geheimnisvolle Verbindung schlägt zum Bedanken. Und davor fürchtete sie sich als wie vor etwas Dunklem und Gefährlichem. Das ist ja auch beiläufig gesagt der Grund, warum so viele dem Herr Gott niemals danken. Sie fürchten dadurch mit ihm in Verbindung und damit, um ihre schöne Freiheit zu kommen und dann geschädigt und gehemmt zu sein in ihren edelsten Menschenrechten. Von der Spekulation an der Börse bis zum Spekulieren über die letzten Dinge. Lange Zeit war Michel Philosoph genug, um über das Verhalten der Markt hinweg zu sehen. Aber auch bei ihm kam der Tag, da die Philosophie versagte. An einem wunderschönen Samstagabend, als der graue Täuberich wieder zutraulich aus seines Freundes Kopfes geflogen war und da herumgepickt hatte, als säße er im schönsten Gerstenfeld. Da stieg die sittliche Entrüstung in der Brust der Magd so hoch, dass sie beschloss, dem unheimlichen Treiben heimlich ein Ende zu machen. Es dämmerte schon. Da stieg sie zum Taubenschlag empor, fing den Täuberich und riss ihn mit der Kraft, die das Bewusstsein des Rechthuns verleiht, den schillernden Kopf ab. Wenn das grausam war, so möget ihr auch all die frommen Knechte Gottes grausam schelten, die je zu seiner Ehre oder aus Sorge um seiner Ehre Köpfe abgerissen und abgehackt haben. Überdies bereitete die Magd aus dem hingemordeten Täuberich einen letzten Sonntagsbraten für den Verwalter und tilgte so von ihrem Verhalten auch den letzten Schimmer des Unrechts, was den anderen Eiferern nicht gelungen ist. So sehr aber die Magd, wir wollen sie Anna nennen, sie ist aber in Wirklichkeit bedeutend anders, sich ihrer reinigenden Tat erfreuen wollte, es war ein Stachel in ihr, eine Unruhe, ein Gefühl nahenden Unheils, über das kein Mittel sie hinweg brachte. Wenn sie oft minutenlang in der Nacht schlaflos dalag, sofort stieg das Bild des Michel vor ihr auf, rache drohend, unheilkündend. Bei Tag aber brannte etwas in ihr, wie heimliches Feuer, wenn sie den Michel so heiter und sorglos hantieren sah, als sei überhaupt nichts geschehen. Aus dieser Unrast heraus ist es zu verstehen, dass sie den Dienstbereiten immer mehr in Anspruch nahm. Es war, als wollte sie die Probe machen, wie stark man seine Geduld belasten dürfe, wie weit man sich gegen ihn vorwagen könne, ohne auf das gefürchtete Dämonische zu stoßen, das doch ohne Zweifel, auch wenn der Michel kein Wort darüber verlor, um den Taubenmord wissen musste. Und so kam es denn, wie es kam. An An einem Abend, der so wunderschön war wie der, an dem der Täuberich starb, erwischte der Michel die Anna hinter der Scheune in stiller Einsamkeit. Und er, der als sein Sohn seiner Zeit die Gleichberechtigung der Geschlechter längst erkannte, haute sie so gründlich durch, als wäre sie sein schwächerer Mitknecht. Das war eine natürliche Sache. Unnatürlich aber oder übernatürlich war, dass die Anna keinen Laut von sich gab. Vielleicht war es das Grauen vor dem Dämonischen, dass sie den Mund verschloss. Vielleicht aber auch gehörte sie zum Stamm jener Weiber, die wissen, dass sie Prügel brauchen und die darum Prügel lieben. Michel aber, der an jenem Abend auf seelische Vorgänge nicht achtete, haute immer kräftiger zu. Ja, er verstieg sich so weit, der verstummten alles vorzurücken, was er vom ersten Tage an gegen sie auf dem Herzen hatte. Darunter war auch das, dass sie ihm nie für etwas dankte. Heute sollte sie es nachholen. Es mutet roh an, wenn man es niederschreibt. In Wirklichkeit aber war es eine erzieherische Tat ersten Ranges, dass Michel der Anna hinter der Scheune das Danken beibrachte, so sehr das Mädchen aus seinem okkulten Vorteil heraus sich dagegen sträubte. Und nun war es geschehen. Sie hatte gedankt. Es ist nicht mehr viel zu erzählen, wie es die ahnende Seele des ältlichen Mädchens vorausgesehen hatte, war durch das Dankeswort, auch wenn es ein erprügeltes war, die magische Verbindung geknüpft zwischen dem Dankenden und dem Bedankten. Michels Fleischrationen wurden größer und immer größer, bis alle merkten, wie es zwischen den beiden stand. Es verwunderten sich aber alle über den Michel, denn er war ein ganz stattlicher Karl und ein paar Jahre jünger als die Groß Magd. Wer aber etwas weiß von übernatürlichen Kräften, der wundert sich nicht. Oder er wundert sich über die Groß Magd, die doch, wenn auch nur ahnungsweise, vom Dämonischen wusste und dennoch. Ja, aber darüber wundern sich dann wieder die anderen nicht. Der Galgenstrick Man nannte ihn im engeren und wohl auch im weiteren Kreise einen Galgenstrick. Er wusste es und grämte sich nicht, änderte sich auch nicht, Name und Ruf waren ihm Schall und Rauch. Als er noch ein kleiner Junge war, drohte ihm ein Nachbar, ich werde deinem Vater sagen, was du für ein Schlingel bist. Und treuherzig erwiderte er, das braucht's nicht, mein Vater weiß es selbst. Und so war's geblieben. Natürlich brachte er es nicht weit auf unserer immoralischen verankerten oder nur verstrickten Welt. Ein wenig dichten, musizieren, zeichnen und im Übrigen für des Leibes Nahrung und Notdurft ein, doch der Beruf tut hier nichts zur Sache. Einst saß er nachts auf einem Haufen geklopfter Steine an der weißen Landstraße. Seine Füße brannten, er war weit gelaufen und dazu schlecht beschut. Lächerliche finanzielle Gründe spielten da herein. Dieses in die Welt hineinlaufen, bis die Nacht sank und die Sohlen von den Stiefeln fielen, gehörte zu seinen Leidenschaften. Er sah nach den Sternen, die durch die Sommernacht glänzten und dachte, wie gut es doch sei, dass man die nicht mit einer Stange herunterschlagen könne. Er nicht und kein anderer. Denn da oben, unerreichbar und ewig lockend, seien sie am schönsten. In einiger Entfernung kam jetzt etwas Dunkles auf der Straße daher. Ein Wagen mit zwei Pferden, deren schlecht sitzende Hofeisen klapperten. Schon wollte er sich freuen, weil da vielleicht Gelegenheit war, heimzufahren. Aber die losen Eisen ließen ihn ergrimmen. Ein Schandkerl, solch ein Fuhrmann, der seinen Gäulen nicht für ein gutes Schuhwerk sorgt. Er trat jetzt mitten auf die Straße, damit das Fuhrwerk nicht achtlos an ihm vorüberfahren könne. Die Pferde trotteten, von keinem Ruf zurückgehalten vorwärts, bis sie ihm fast ins Gesicht pusteten. Dann standen sie, schnupperten an seinem dünnen Kittel und schienen sich zu freuen, in der dunklen Einsamkeit einen Menschen zu finden. Er fluchte ein wenig, aber es galt nicht den Gäulen, sondern dem Fuhrmann. »Kannst du beim Zeus nicht halten, wenn einer mitten auf der Straße steht?« »Mach, heimkommst«, leite eine verschlafene Stimme heiser. »Darum will ich ja mit dir fahren«, und Flink schwang er sich auf den Bock. Still, langsam, ohne Lenkung trotteten die Gäule weiter. Ganz nahe blitzte bisweilen der Fluss im Sternenschein auf. Waldgekrönte, jenseitige Hügel zogen schwarze Linien in den Himmel. Wie eine gekrünte Schlange lag die weiße Straße vor den Pferdefüßen. Der Fuhrmann schlief, er roch nach Schnaps und Schnaps Ersatz. Sein Nebensitzer stieß ihn manchmal an, damit er nicht völlig zusammensinke. Der dunkle Kastenwagen grillte dann und wann in einer ungeschmierten Achse. Was fährst du denn? fragte der Wanderer. Lange keine Antwort, dann ein Schlucken, ein halbes Lachen, ein Lallen, einen Gallenstrick. Der Frager wunderte sich, wohin der berauschte Kenner. Doch grübelte er nicht darüber nach. Er war ja nicht heimlich auf der Welt. Auch ein solcher Jammerkerl mochte von ihm wissen. Jetzt schnarchte der Säufer. Der andere nahm ihm voll Zorn die Zügel aus der Hand. Er schämte sich vor den Gäulen. Schlecht beschlagen und ungeleitet mussten sie nicht nur die Last des Wagens, sondern auch noch solch einen ekelhaften Burschen durch die Nacht hinschleppen. Leise, ganz leise fing er ein Lädchen zu pfeifen an. Nicht für sich, nicht zu seiner Freude, sondern für die Gäule, dass sie einen besseren Begriff von Menschen kriegen sollten. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prang, Pfiffe. Und jetzt schüttelte er ein wenig an den Zügeln. Sofort, als hätten sie nur darauf gewartet, fielen die Gäule in einen fröhlichen Trab, sodass plötzlich der Nachtwind dem Pfeifen das Lied von den Lippen hinweg nahm. Flott ging es voran. Die Windungen der ins Flusstal gebetteten Straße blieben eine nach der anderen zurück, die Sterne im Wasser, die schwarzen Linien am Horizont kamen ins Gleiten. Fremd und über die Maßen schön schien die großen, kahlen, einsamen Bäume da und dort an der Straße vorbeizuwandern. Jetzt bogen die immer lebhafter werdenden Gäule unter den lauten kusenden Zurufen ihres neuen Lenkers auf einen steinigen Weg, an der, die Straße kürzend, ein Hügel überquerte. Er ließ ihn den Willen, weil er wusste, dass die heimeilenden Gäule im Weg nicht irren. Den Hügel mit den kahlen Flanken, den oben ein Birkenwäldchen krönte, den kannte er. Eben da, wo jetzt der Wagen mit tollem Gepolter vorüberratterte, mochte wohl der Anleger liegen, auf dem man gefallenes Vieh und zu Tode geschundene Gäule verscharte. Schwarze Nacht deckte die Städte. Als kleiner Junge hatte er weite Streifzüge hierher gemacht, von einem Gefühl herbeigezogen, dass Mitleid, Neugier, Grauen, unverstandener Schmerz um alle Kreatur war. Tannenzweige, mehrere Schneckenhäuschen, abgestreifte Schlangenhäute, schimmernde Quarzbrocken, alles kostbare Beute aus Feld und Wald, hatte er zum toten Opfer für die verscharten Herzog geschleiert. Vielleicht witterten die Gäule die verrufene Städte, oder scheuten sie vor dem schrecklichen Gepolter ihres eigenen Wagens, es ging wie im Flug vorüber. Und jetzt war's ganz still. Als sei ein samtenes Polster unter die Pferdehufe, unter den Wagen gebreitet. Der Lenker sah zurück. Es kam ihm vor, als hätte die Ladung ihre dunklen Umrisse verändert, mehr sah er nicht. Die Höhe war erreicht, Sand und Heide weit hin und drüben das Birkenwäldchen. Er kannte auch diese Städte, hier hatte man einst die aufgeknüpft, die mein und dein böswillig verwechselten. Aber er selbst war im hellen Sonnenlicht, wenn der Frühlingshauch, der Sommerwind durch die Schleie der Birken ging, oft da gesessen, die Fiedel unterm Kinn oder Ferse machend. Gestohlen hatte er dabei nach Herzenslust, ohne dass ihm etwas Übles dafür widerfahren wäre. Vielleicht kam ihm das jetzt in den Sinn und machte ihn keck, einen langen, höhnenden Blick warf auf den Schnarchenden, dann verhielt er die Gäule, sprang vom Bock und schirrte aus. Leis und flink tat er die Handgriffe. Man sah, sie waren ihm vertraut wie einem, der sich seine Kindheit hindurch am liebsten in den Ställen herumtrieb. Dann schwang er sich auf den Sattelgaul, trabte davon und verschwand in der Nacht. Von fernher klapperten die schlechten Eisen. Es weiß noch heute jedermann dort in der Gegend, dass etwas Unheimliches geschah, als Fuhrmann Zeitler den fremden Selbstmörder nach der Anatomie zu überführen hatte. Bis auf den Sandberg bei Wehrlingen, wo früher der Schindganger lag und der Galgen stand, kam er mit seiner Ladung. Dort musste ihm der Tod begegnet sein, denn er fiel in einen tiefen Schlaf. Als er morgen erwachte, waren die Gäule fort und der Wagen leer. Auf dem verrufenden Anger fand man die Kiste, die den toten Fremdling barg. Vielleicht war er auch so eine zu Tode geschundene Kreatur gewesen. Die Gäule aber standen bei Tagesanbruch vor der Türe des nächsten Hofschmieds. Die Eisen waren gelockert, die Nägel fehlten. Die hatte wohl der Tod mitgenommen, um sie zu seinen höllischen Zwecken zu verwenden. Denn dazu könne man sie gebrauchen, sagte der Galgenstreck. Der verhexte Bruder Vor langer Zeit, als es noch viele Hexen gab, lebte in einem Dorf ein Junge, der behauptete, zaubern zu können. Reimer, so hieß der Junge, hatte einem Jahrmarktsgaukler einige Kniffe abgeschaut, mit denen er sich vor den übrigen Dorfkindern mächtig aufspielte. Sein jungerer Bruder Martin musste ihm dabei helfen, damit die Schwindeleien noch wirklich glückten. Dann freuten sich die beiden über die verblüfften Gesichter ihrer Freunde. Und eines Tages sagte Reimer, kommt alle her, jetzt will ich den Martin mal weghexen. Jungen und Mädchen kamen eilig herbeigerannt und Martin musste unter einen kleinen Heuhaufen kriechen und dann machte Reimer allerlei wunderliche Faxen mit den Händen und sprach mit feierlicher Stimme Schnulli Mulli Habermus Schnickschnack verschwundibus Und danach warf er wie wild mit dem Heu um sich, sodass die Kinder von den umherfliegenden Heusamen rasch die Augen verschlossen. Dadurch sollte Martin die Gelegenheit haben, unbemerkt zu entschlüpfen. Als Reimer dann den Heuhaufen auseinander zog, war von Martin keine Spur mehr zu entdecken. Reimer wartete, dass Martin irgendwo aus einem Gebüsch herauskommen würde, doch als dies nicht geschah, sagte er, so, nun wollen wir den Martin mal suchen, irgendwo muss er ja sein. Alle suchten und riefen nach ihm, doch vergeblich, der Junge blieb verschwunden. Da wurde Reimer ängstlich. Manche Kinder, die ihn wegen seiner Prallerei noch nie leiden konnten, riefen ihm zu, warte nur, dich zeigen wir an, du hast deinen eigenen Bruder verhext. Reimer wagte es nicht, ohne seinen kleinen Bruder nach Hause zu gehen und rief und suchte noch bis in den Abend hinein. Schließlich schickte er einen Freund nach Hause, der fragen sollte, ob aber nein, der Martin war noch nicht zu Hause angekommen. Als Reimer das hörte, lief er weinend aus dem Dorf hinaus. Er wollte zur Kräuterleni, die draußen am Waldesrand wohnte. Von ihr hieß es, dass sie mit der Hexerei wohl Bescheid wissen und ein großes Hexenbuch besäße. Die Alte saß am Spinnrad und wunderte sich nicht wenig über den späten Besuch. Als Reimer ihr sein Leid klagte, lachte sie und rief, siehst du, das geschieht, wenn man anderen Leuten ins Handwerk pfuscht. Lass die Finger davon, sag ich, was hast du gesagt bei deiner Hexerei? Schnulli, Mullyhabermus, Schnickschnack, Verschwundibus, antwortete Reimer mit weinerlicher Stimmung. Ah, so, so, murmelte die Alte. Na, wir wollen mal nachsehen. Sie holte ein riesiges, messingbeschlagenes Buch aus der großen Eichentruhe, setzte ihre dicke Hornbrille auf, zündete ein Talglicht an und fing an zu blättern. Aha, sagte sie irgendwann, da haben wir's. Und danach las sie Schnulli, Mullyhabermus, Schnickschnack, Verschwundibus. Ja, mit den dazugehörigen Handzeichen gesprochen, vermag der Spruch, einen Menschen in einen Baum zu bannen. Die Alte hatte mit leiernder Stimme gesprochen. Jetzt guckte sie plötzlich auf, starrte Reimer durch die blinkenden Brillengläser mitleidig an und sagte, Tja, Junge, da hast du was Schönes angerichtet. Nun such erst mal den Baum, in dem dein Bruder steckt. Dann kannst du weiter fragen. Und mit einem dumpfen Laut klappte sie das Buch zusammen und Reimer rannte verzweifelt in die Nacht hinaus. Dann kehrte er noch einmal zurück und fragte die Alte, Woran erkenne ich denn, dass mein Bruder drinsteckt? Wenn beim Anritzen der Rinde Blut herauskommt, antwortete die Alte, aber heute Nacht kannst du ja doch nichts mehr suchen. Außerdem können dich die Wölfe fressen, leg dich nur dort in die Sofaecke bis morgen früh. Sie warf dem Jungen eine Decke über und Reimer weinte sich leise in den Schlaf. Beim ersten Hahnschrei, als die Alte noch schnarchte, war Reimer schon im Wald unterwegs. Baum für Baum ritzte er mit seinem Taschenmesser an, aber es wurde Mittag und Abend und noch hatte sich kein Blutstropfen gezeigt. Der Knabe suchte sich einen hohlen Baum, in dem er sich ein Mooslager bereitete, und den Eingang versperrte er mit einem dürren Dornbusch und schlief totmüde ein. Es war gut, dass die Heidelbeeren und Himbeeren gerade reif waren, denn sonst wäre Reimer wohl schon in den ersten Tagen verhungert. Seine Kleider waren bald vom Dornengestrüpp zerrissen und als er einen toten Bärenfand, der an einem Pfeil langsam verblutet war, zog ihm das Fell ab und legte es sich um. Nun sah er selbst einem Tier ähnlich und lebte monatelang wie ein Tier unter Tieren. Er kaute die Körner von Ähren, pflückte Brombeeren und Nüsse und stahl sich rüben von Feldern. Immer wieder durchstreifte er suchend den Wald, der meilenweit die Ebene bedeckte, bis er in blauer Ferne an einem Gebirge empor klommen. Eines Tages wanderte Reimer fern seiner Heimat, dort, wo große Felsbrocken die Nähe des Gebirges anzeigten. Da blickte er von Weitem auf einem grünen Moosteppich einen hellbraun Fleck, der sich bewegte. Neugierig heilte er darauf zu und fand einen schönen Edelmarder, der mit den Vorderpfoten in einem Fangeisen festsaß. Es tat Reimer Leid um das feine Tier mit den gelben Brustsätzen. Er bückte sich und befreite es. Statt jedoch, wie Reimers erwartet hatte, eilig davon zu huschen, krochte der Marder wie ein zartes Hündchen an ihn heran und leckte ihm die Hände. »Ei, Tierlein«, rief Reimer verwundert, »wollen wir Freundschaft schließen? Du sollst Lissi heißen, du kannst mir helfen, meinen Bruder Martin wieder zu finden?« Lissi schaute Reimer mit klugen Augen an und als Reimer fragte, »Nun, in welchem Baum steckt er denn, kleine Lissi?«, fing der Marder an, die Bäume ringsum eifrig zu beschnuppern. Da war Reimer sehr froh, mit diesem Gehilfen brauchte er sich nicht mehr so abzuhetzen wie vorher. Und wirklich, nach einigen Wochen kam Lissi einmal eilig herbeigelaufen, verbiss sich in Reimers Beerenpelz und zog ihn hastig zu einer mächtigen Edeltanne, die von rotem Fingerhut umwuchert allein zwischen mächtigen Felsblöcken stand. Das Tierlein sprang am Baum in die Höhe und kratzte mit seinen scharfen Krallen an der Rinde. Da flossen rote Blutstropfen ins Moos. Die Tanne erbebte und es war, als erklänge ein tiefes Seufzen aus ihrer Voller Freude umarmte Reimer den Baum und legte seine Wange an die Rinde, wo seine Tränen mit den Blutstropfen zusammenflossen. Merk dir den Baum, Lissi, wir müssen hierher zurückfinden, rief Reimer und wanderte dann, genau auf den Weg achtend, zur Hütte der Kräuterleni zurück. Sie musste wissen, auf welche Weise er seinen Bruder entzaubern konnte. Zwei Tage und zwei Nächte dauerte die Wanderung. Endlich, am Mittag des dritten Tages, sah er das eferberangte Häuschen im hellen Sonnenschein vor sich liegen. Als auf sein Klopfen keine Antwort kam, öffnete er die Tür und trat ein. Heiß wie im Backofen war es drin und es roch scharf nach allerlei Kräutern. Rotblanke Mahagonimöbel glänzten in der Sonne und Reimer schloss einen Augenblick vor dem Glitzern der schön geschliffenen Vasen und Flaschen, die auf den Borden standen, seine Augen. Von der Leni aber war nichts zu sehen. Nun, sie wird schon wiederkommen, dachte sich Reimer und ließ sich todmüde von der langen Wanderung auf das Sofa fallen. Weit kann sie nicht sein, es sieht ja alles so nett und aufgeräumt aus. Er blickte auf die hohe Standuhr gegenüber an der Wand und merkte, dass das Zifferblatt sonderbar war. Es war dem Gesicht einer Eule nachgebildet, mit zwei großen, runden Augen, die ihn wunderlich anstarrten. Wie Reimer halb eingeschlafen so dasaß und kaum die müden Augen offenhalten konnte, kam es ihm vor, als hätte die Eule mit den Augen gerollt. Verschrocken rappelte er sich auf und schaute gespannt auf die blanke Metallfläche. Da, wieder rollten die Augen, diesmal ganz deutlich. Reimer sprang auf. Nun schlägt's über 13, rief er laut, um sich selber Mut zu machen. Aber entsetzt sank er sogleich wieder auf das Sofa, denn eine kreischende Stimme rief, nein, 14. Und dann erschütterten 14 gewaltige Donnerschläge das Haus, so mächtig, als habe 14 Mal hintereinander der Blitz eingeschlagen. Reimer saß zitternd mit geschlossenen Augen da und hielt sich die Ohren zu. Noch, als es längst wieder ganz still geworden war, wagte er nicht aufzuschauen. Da fragte eine freundliche Stimme, Na, was ist, Reimer, was willst du von mir? Das Zifferblatt der großen Uhr war zurückgeklappt und aus der Öffnung schaute das verrunzelte Gesicht der Kräuterleni. Ja, fuhr sie fort, da staunst du. Du musst wissen, solange ich in dieser Uhr stecke, wird meine Zeit nicht gezählt. Ich habe nicht mehr lange zu leben, deswegen stecke ich fast jeden Tag in der Uhr. So spare ich mehr Lebenszeit. Ja, ja, da staunst du wohl. Nun aber sag, was willst du von mir? Ich hab ihn gefunden, sagte Reimer. Wen? Deinen Bruder Martin? Da hast du aber Glück gehabt. Gehe nun zu deiner Mutter und bitte sie, dreimal um den Baum herum zu gehen. Dabei muss sie immer rufen, komm Martin, komm. Danach wird er aus dem Baum herausspringen. Reimer bedankte sich bei der Alten und nahm Abschied. Vor der Tür kauerte Lissi, die ihm getreulich gefolgt war. Erst bei Anbruch der Dunkelheit wagte sich Reimer ins Dorf hinein. Im Gebüsch versteckt sah er, wie sein alter Schulfreund Otto die Händen in den Taschen pfeifend daherkam. Der erschrak nicht wenig, als ihn plötzlich ein Bär in den Pranken hielt. Otto, mach keinen Lärm, ich bin's ja nur. Kennst du denn den Reimer nicht mehr? Bitte verrat mich nicht, flüsterte Reimer und hielt dem Schreienden den Mund zu. Da machte Otto große Augen und nachdem er sich beruhigt hatte, erzählte er Reimer, dass seine Mutter vor Kummer über das Verschwinden der beiden Söhne so krank und schwach geworden sei, dass sie schon wochenlang kaum aus dem Bett käme und keine zehn Schritte mehr gehen könne. Da erschrak Reimer sehr, wie sollte seine Mutter denn nur den weiten Weg bis zur Zaubertanne schaffen? Tu mir einen Gefallen, Otto und sag niemandem, dass werden. Otto versprach es und Reimer eilte zurück zur Kräuterlini. Diesmal traf er sie an, wie sie im Haus herumhantierte. Als sie ihn sah, rief sie gleich, Na, Reimer, bist du wieder da? Nun, ich wusste schon, dass die Sache nicht so einfach werden würde. Geh zurück ins Waldgebirge. Dort wird sich guter Rat schon finden. Vergiss aber nicht, dich später bei mir zu bedanken. Die Kräuterlini hatte in einer Truhe einen Zauberspiegel verborgen. Als sie nach Reimers Abschied neugierig in den Spiegel schaute, beobachtete sie, wie der Junge ins Waldgebirge zurück wanderte. Bald vor, bald hinter ihm sprang munter der goldbraune Edelmarder. Darüber freute sich die Kräuterlini und kicherte vor Vergnügen. Nun verfolgte sie, wie Reimer mühselig im Gebirge herumkletterte. Plötzlich machte er Halt, starrte eine Zeit lang zu einer Felswand hinauf und als der Marder vorankletterte, stieg er langsam nach. In halber Höhe des Felsens klaffte eine Spalte und davor lag auf dem Bauch ein gewaltiger Riese. Er hatte einen Arm in den Spalt gesteckt und bemühte sich vergebens, seinen Kopf ebenfalls durch die Öffnung zu bringen. Er war so beschäftigt, dass er Reimer nicht bemerkte, bis dieser ihm ins Ohr schrie, Hallo, was hast du denn vor? Da zuckte der Riese zusammen und drehte Reimer sein vor Anstrengung rotes, aber gutmütiges Gesicht zu. Dann erhob sich die riesige Gestalt, grinste freundlich zu Reimer herunter und brummte freundlich, Oi, sieh da, kleiner Mann, du könntest mir einen Gefallen tun. Ja, du mir auch, sagte Reimer und blickte dem Riesen keck ins Gesicht. Erst komm ich dran, Kleiner, erwiderte der Riese. Nachher wirst du mich nicht undankbar finden, sieh mal, ich habe fürchterliches Pech gehabt. Ich ging hier ganz gemütlich spazieren und Hui, riss mir der Wind den Hut vom Kopf. Was soll ich nur anfangen ohne meinen Hut? Bitte, hol ihn mir aus dieser Spalte heraus. Du bist ja klein genug, um hinein zu kriechen. Jedes Wort klang Leni leise, aber deutlich aus ihrem Zauberspiegel entgegen. Reimer ließ sich nicht lange bitten, schon war im Felsen verschwunden und Lissi folgte ihm. Gut, dass sie bei ihm war. Ganz hinten aus einer Ecke der Höhle, wo Reimer ihn im Dunkeln nicht hätte finden können, schleppte Lissi den Hut herbei. Als der Riese den Hut wieder hatte, war er sehr froh. Wenn du wüsstest, Kleiner, was für ein großartiger Hut das ist, sagte er lachend. Ja, ein großartiger Hut. Er legte den Hut vorsichtig vor seine Füße und trat auf die breite Kämpe, damit er nicht wieder fortgeweht wurde. Was soll darunter sein? Was meinst du? rief er dann vergnügt. Na, meinetwegen ein Sack voller Goldstücke, rief Reimer im Scherz. Schnell hob der Riese den Hut wieder auf und ein Beutel prall gefüllt mit Gold lag darunter. Willst du das haben? fragte der Riese. Du siehst, ich kann so viel davon bekommen, wie ich will. Augenblicklich wär mir ein Mittagessen lieber, antwortete Reimer. Da musste der Riesenhut ein leckeres Essen heranschaffen und während sie gemütlich aßen und Lisse die Knochen abnagte, erzählte Reimer dem Riesen, welchen Gefallen er ihm tun solle. Nicht weit von hier wächst eine schöne Tanne, die ich gerne in meinem elterlichen Garten hätte. Würdest du bitte so freundlich sein, mir richtig umzupflanzen? Wird gemacht, entgegnete der Riese und ließ sich den Baum zeigen. Dann holte er einen riesigen Spaten und grub die Tanne aus. Reimer achtete darauf, dass keine Wurzel beschädigt wurde. Danach lud der Riese den Baum auf seine Schulter und Reimer und Lissi mussten sich auf die Zweige setzen. Schon bald nach Mitternacht hatte der Riese die Tanne im Garten hinter Reimers Elternhaus eingepflanzt. Er hatte so leise gearbeitet, dass keine Menschenseele im schlafenden Dorfes bemerkte. Beim Abschied zog er noch den Goldsack aus der Tasche, den Reimer mit viel Mühe ins Haus schleppte. Und dann weckte Reimer die erstaunten Eltern. Als seine Mutter hörte, wie sie Martin aus dem Baum befreien konnte, vergaß sie alle Schmerzen, humpelte im Mondschein um die Tanne herum und rief mit deutlicher Stimme »Komm, Martin, komm«. Beim dritten Mal sprang Martin aus dem Baum heraus und lag seiner Mutter in den Arm. Dann rief Reimer schnell »Schnell, Vater, lade das notwendigste Gerät auf den Wagen und dann spann das Pferd vor. Wir müssen noch vor Tagesanbruch fliehen. Du kannst dir denken, dass wir nach allem, was geschehen ist, hier im Dorf unseres Lebens nicht mehr froh würden. Er zeigte auf den mit Gold gefüllten Sack. Hier ist genug Geld, um alles wieder neu zu kaufen, was wir bedanken und werde gleich wieder zurück sein, um euch zu helfen. Die Kräuter Leni hatte alles in ihrem Spiegel gesehen und gehört und wartete schon auf Reimer. Als er vor ihr stand, sagte sie schmunzelnd »So, nun lass auch mal Lissi hereinkommen, die vor der Türe hockt.« Reimer ließ den Marder herein. So gleich warf Leni ein großes rotes Tuch über ihn. Als sie es wieder aufhob, da saß kein Marder mehr auf dem Boden, sondern ein hübsches Mädchen stand in der Stube. Sie wurde Lissi genannt und ist später Reimers Frau geworden. Die Kräuter Leni aber war ganz vergnügt, sie hatte eine alte Schuld wieder gut gemacht. Sie selbst war es gewesen, die vor einigen Jahren ein kleines Mädchen in einen Marder verzaubert hatte, weil es an einer Himbeerstelle naschte, die nur sie allein zu kennen meinte. Lange lebten Reimer und Martin mit ihren Eltern und Lissi glücklich zusammen, auf einem schönen Bauerngut, das sie sich von dem Gold gekauft hatten. Mit Hexerei und Zauberei aber wollte Reimer nie mehr etwas zu tun haben. Das war das Märchen vom verhexten Bruder. Wenn's dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut. .